Es ist gerade echt gut, dass wir keine männlichen Preise hergestellt haben. Na, hm. Und wir haben uns schon so schlecht gefühlt, aber wenn wir jetzt das herstellen, das können nur Frauen tragen, so ungefähr. Bei der Schüdie würden eh die ganzen weiblichen Charaktere gewinnen, also. Ja, ich mache ja so nicht mit, ich kann ja keine Preise gewinnen, die ich schon im Inventar habe. Naja. Wir nehmen ja nur ein Teil, weil es Spaß macht. Was? Ich nehme teil, um zu gewinnen. Ja, das recht mal. Aufgrund der Anzahl der Teilnehmer und der Preise, die wir besitzen, kann ich euch versprechen, jeder wird was gewinnen. Nein, dann ihr werdet keine Chance gegen mich haben. Genau, du gewinnst, weil du so gut bist. Ja, du kriegst halt die Hauptpreise und die anderen kriegen die Drohnenpreise. Ah, okay. Also wir haben halt bessere und schlechtere Preise, also teurere und billigere Preise. Keine Sorge nix, du kriegst nicht nochmal ein Baby-Raptor. Gott sei Dank. Das war, das ist die Hauptsache. Ja, wie, wer stimmt eigentlich ab, wer gewinnt, oder? Ähm, also wird uns überlegt, dass einfach jeder den Namen, wo er das am besten findet, dann in den Guild Chat schreibt und wir dann alle so bei drei, dass wir abtippen und dann gucken, wer wer so am meisten Stimmen hat. Und ich nehme mal an, natürlich, man darf nicht für sich selbst stimmen. Es sieht ja jeder, dass du dann für dich selber gestimmt hast, ne? Ja, ja, eben, aber darf man. Das wäre halt schon ganz schön peinlich, würde ich sagen. Warum ist das peinlich? Also, also, weil, also... Wieso, wenn man für sich selber gestimmt ist? Also, also Lane-Kommentaren zu den Charakteren mache ich immer für mich selbst. Also, du kannst es natürlich machen, aber... Hallo. 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 Ist ja richtig traurig, den eigenen Kommentar hochliken. Das, das... Mach ich immer. Immer. Das... Das ist, wenn mir meins am besten gefällt. Eben, eben. Man ist nur ehrlich. Es tut mir leid, ich bin müde. Oh. Schön wieder. Aber heiß ist es nicht, oder? Ich bin heute Morgen um 5 Uhr in Köln losgefahren. Wo ist es beim letzten Event schon müde? Gamescom, wo eh... Gamescom, wo eh scheiße. Nee, beim letzten Event war es einfach heiß. Ach so, aber es heiß, ja. Ja, aber es heiß. Aber jetzt nicht, oder? Nö. Gut. Nur ein bisschen stickig. Oh. Wir halten es da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Hat dir Mew noch geantwortet? Nope. Okay. Ist wahrscheinlich wirklich nicht on. Yuruka, möchtest du dich nicht auf die Couch setzen? Wir haben so viele Sitzplätze bereitgestellt, ne? Okay, sind jetzt alle im Geldenhaus? Nein. Ich noch nicht, kleinen Moment. Ich auch nicht. Hä, war Paul nicht vor zwei Minuten noch hier? Ja, Paul ist noch mal kurz weg. Zigaretten holen? Ja. Ah, okay. Und zack, ist er weg mit den Preisen. Oh, das würde sich sogar lohnen, gerade. Wisst ihr alle, wo die Taste ist, dass ihr geht und nicht rennt? Das braucht ihr nachher, wenn wir Yurika gehen. Ja, das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Ah ja, vor allen Dingen, die Betonung liegt auf Yurika gehen, ne? Wie laufe ich denn jetzt, also wie laufe ich denn denn gehen? Also, wie... Du musst beim Namen-Block auf das Geteiltzeichen drücken. Ich weiß, was an Strickstrich ist, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, anscheinend weiß ich nicht. Geht auch am Block an. Weil, sieht halt kacke aus, wenn man, äh, so hier rüber läuft, ne? Ja, aber guck mal, wie der Lala... Hast du eigentlich mal gesehen, wie der Lala sich fortbewegt? Na, da kommt es nicht drauf an, glaube ich. Ich bin ein Roboter und zerstöre die ganze Menschheit. Aber das war schnell so. Das tun sie allerdings. Ja, oder du bist so im Zweiten Weltkrieg. Marschieren. Links, rechts, rechts, rechts. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Mach doch einfach im Hintergrund schön Imperial March an von Star Wars. Das, ja, das würde passen, genau. Paul macht so ein bisschen Soundeffekte hinter der Tür, da, so... Mach so ein bisschen raus, kaputt an, schwarz. Und dann läuft das. Ja. Würde zum Zuhälter passen. Wir haben so schwarze Wände, da stehen, da könnt ihr euch so... Racist. Ja, boah. Ich bin der dunkle Lord, mit dem Blümchenhut. Was warten wir denn jetzt noch? Ich bin echt aufgeregt. Also seitdem dieser Post da ist, bin ich irgendwelche Outfits am Zusammenstellen. Okay, ich komme jetzt. Jetzt beeil dich! Ich finde, bei so vielen Themen ist es immer so, bei einem Thema hat man direkt voll die Idee, was man machen will, und die anderen sind immer so, ah, was nehme ich, was nehme ich? Also, ich muss zugehen, bei einem Thema kann ich mitmachen. Bei Genderbänder, weil du so weiblich bist? Nee, weil... Bei Elementa habe ich kein Outfit. Aber ich... Zieh doch da! Da habe ich mich auch schwer getan. Mach's einfach ganz einfach. Zieh etwas Schwarzes an. Da hat man mich einfach getan. Also ich hatte eine richtig gute Idee, aber ich habe leider nicht die richtige Klasse auf 70, deswegen konnte ich das leider nicht machen. Du musst einfach etwas Schwarzes anziehen und dann sagen, ja, ich bin Kohle. So, ich bin da. Hallo. Hallo. Ja, moin. Hallo. Hey, Paul, lange nicht gesehen. Okay. Sag, wenn du dich nicht jetzt auch mal hier runter. Ja. Lackschmühpuppe, du sitzt im Weg. Entschuldigung. Keine Sorge dir, da hatten wir beide noch Platz. Also ich würde vorschlagen, damit jeder alle angucken kann, gehen wir immer, äh, also einer macht immer seinen Auftritt, alle anderen sitzen vorne und dann geht erst der Nächste nach hinten und bereitet seinen Auftritt vor und geht dann, dann haben wir zwischen jedem zwar so ein bisschen Wartezeit, aber das steigert auch die Spannung. Ist das für alle dann okay? Jipp, jipp. Also ich finde es... Für alle, die es nicht wissen, der Eingang... Der Eingang ist hier zu umkleide, für die, die es nicht wissen. Möchte irgendjemand anfangen, oder soll ich den Anfang machen, damit ihr einmal seht, wie ich es mir gedacht habe? Die, die Preise wollen, fangen an. Oh, Mio ist da. Oh, Mio kommt. Oh, Mio kommt. Oh, Sim, jetzt müssen wir leider nochmal warten. Nein, wir hätten anfangen. Das ist ja dumm. Also, dann möchte ich euch nur sagen, weil, falls jemand einsch... Hallo. Huhu. Ihr könnt hier vorne... Die Zeit vergessen, sorry. Ah, du hast Glück, wir wollten gerade anfangen. War die ganze Zeit da? Ich habe dir geschrieben, bei Discord. Nicht on. Ja, aber anders konnte ich dir nicht schreiben. Hier, komm schnell zum Gildner Haus. Machst du auch mit, oder bist du einfach Zugucker? Ich habe zwei Sachen was rausgesucht, anderen hatte ich nichts. Machst du das on the fly? Hier, Element. Oh, ich bin Samurai. Ja. Element, doch nur rein. Ja, guck mal, bei dir kann man immer noch sagen, für das du Kohle bist. Ja, eben, eben. Ich mache beim Element mit. Sim könnte, so wie sie da ist, ein Orange sein. Nein, nein, ein Blumenbeet. Blumenkorb. Ist wo auch ein Element? Im Gildner Haus auf der oberen Etage. Oder einfach gar nichts anziehen, du repräsentierst die Natur. Oh, das war schön. Das hast du gut gesagt. Naja, ne, so wie ich die Natur geschaffen habe. Oder man repräsentiert dann die Gattung der Nagetiere. Die freizügigkeit halt. Ist das der Schleimer? Wie bitte was? Gibt es Stream? Ja. Also. Yoruka. Ja. Bist du gut im Screenshot machen? Äh, wer denn nicht weiß, wo ich stehen muss, äh, ich denke. Also. Müssen die Namen aus sein oder nicht? Hm? Äh, Frage zum Screenshot sollten, soll die Namen da stehen noch nicht? Ähm. Das ist wichtig, weil oft verdeckten Namen, wichtige Aspekte. Also, meinetwegen müssen da keine Namen stehen. Also, ich fände es einfach schön, wenn wir so ein paar Screenshots hinterher hätten. Ich würde es mit Gepos machen. Ja, für die Namen, für die Namen. Man kann auch einfach Rollen drücken und dann Screenshot. Ja, man kann auch aktives Rollen drücken. Ähm, darf ich nochmal eine ganz kurze Frage stellen? Ja. Ähm. Sieht man mich eigentlich nicht, wenn ich hier hinter diesem Fächer stehe? Ja, man sieht dich. Ganz leicht. Also, ich sehe einen Blumenkorb auf der Bühne. Also, ich kann ihn auch wegnehmen, sonst. Nein, das ist, weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich ja diesen Lala-Hocker oder so zum Draufstehen. Ja, Paul, hol dir ein Lala-Hocker. Danke schön. Der passt nicht drauf. Die kann man nicht hier drauf machen. Ja, ist okay, wir kriegen das hin. Paul kniet sich hin und du stehst auf ihn drauf, das geht ja auch. Oh, das ist ja auch cool. Okay, nochmal zu den Screenshots zurück. Vielleicht könnten wir dann immer am Ende von jedem Thema uns alle nochmal zusammen auf die Bühne stellen und so ein Gruppenbild machen oder so. Die Gemeinschaft. Uah. Das klappt. Ähm, nochmal übrigens für alle kurz. Das ist hier drin, in dem Raum steht auch die Frisurklinge. Also, wenn ihr eure Haare ändern wollt, ist da drin möglich noch. Also, ihr könnt sie ändern, ihr müsst sie nicht ändern. Ja, für eins muss ich mal schnell dann nochmal verschwinden für das Kostbarkeitenkabinett. Ja, das bist ja hier drin. Das ist, achso, das Kostbarkeitenkabinett ist unten, ja. Ah, das könnten wir auch noch hochstellen. Ja, Moment. Das muss ich ja Gill ausgeben, wenn ich meine Frisuren ändere. Boah, ne. Hast du keinen Gill? Kriegst du ja, kriegst du ja wieder welche rein, dank der super Preise. Ey, gewinnst du ja eh alles. Selbst ja, selbst ja. Dann müssen sie aber gar nicht super sein. Selbst die Trostpreise sind mehr wert als... Ich wollte doch nur lustig sein. Aber das Kostbarkeitenkabinett steht jetzt auch drin. Ich hätte gerne Teleport-Tickets als Preise. Und hast du auch noch den Spiegel? Den Spiegel? Den kann man nicht ins Geld noch ausstellen. Ah, okay, dann muss ich nachher trotzdem verschwinden. Was gibt's für... was für ein Spiegel? Ach, das Projektionsding. Ja. Den, ja, das gibt's momentan nicht für Häuser. Oh nein, Brezel, verlass mich nicht. Okay, dann können wir jetzt ja, glaube ich, loslegen. Okay, alle bereit? Jawohl. Juroka, wenn du ein bisschen bessere Position für die Fotos brauchst, kannst du dich natürlich auch dann woanders hinstellen oder so, ne? Okay. Kannst du dich doch wieder in die Mitte setzen. Ich mach deine Bereitschaftsanfrage. Ja, ich sag, ich... Ich hab mich wirklich hier... Ich hab hier sitzenbleiben, sag ich. Der Fotograf. Hab den hier mit dir. Oh, verdammt. Hey, bewehr's nicht! Ich hatte dieses Zooming. Was ist hier los? Ich glaub, hier ist besser. Oh, das ist so... Hey! Okay. Ich mein, einmal ist okay, ja? Da kann man oft sagen, aber am zweiten Mal wird's langsam... Ich hab jetzt nicht... Aktiv Teleport. Ja, ja. Mit was fangen wir eigentlich an? Ähm, so wie ich sie aufgeschrieben hab, wenn niemand was dagegen hat. Oder möchte jemand unbedingt eine andere Reihenfolge? Nee, nee. Gut. Dann ist das erste Thema Popstars. Ich mach mal den Anfang. Ihr könnt euch euch ja schon mal überlegen, wer von euch als nächstes möchte. Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Wo ist das Ding hin? Ich will's orchestrieren bloß hier haben. Wo war noch mal Namen ausschalten? Was... Namen ausschalten? Mit Rollen macht man alles weg. Ja. Rollen. So ist schön. Ja, ich glaub, das ist besser, sonst hast du die ganzen Namen, die ganzen Pets da im Bild. Gut, dass ich das ausgeschaltet habe. Okay. Seid ihr bereit? Gut. Wow! Ja! Oh, ey, Meutsen müssen noch ausgestimmt werden. Oh. Oh. Jetzt muss ich weg, jetzt hat's geklappt. Sehr gut. Yay! Gut, dann der Nächste. Ja, dann mach ich. Sehr gut, Nix. Vergiss nicht, wenn du Frisur noch willst, ist drin. Ja. Aber für das Erste brauche ich noch keine Frisur. Ja. Nur schon dafür kriegst du meine Stimme nicht. super toll, man hat ja natürlich so viel Auswahl. Oh, das ist doof. Gut, dann... Macht mal der einzige Mann. Ich hab schon wieder vergessen, wie alle ausgewandert haben, das tut mir leid. Du musst ja, das... Machst du einfach... Ich stell' uns am Ende ja alle noch mal in unserem... Ah, ja, okay, stimmt. Gut, gut. Ey, hier setzt du dich jetzt hin, du doofe Drohler. Wow. Mein Platz. Ist das eine Lederhose? Ja, geil, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Warte. Wow. Ich hab nix kaputt gemacht. Was, du hast mich kaputt gemacht? Ja, schon lachst. Also... Ich glaub, ich probier's als nächstes. Sehr gut. Oh, boah. Das ist ziemlich lustig, als wenn die Tür immer auf und zu geht und es kommt niemand raus. Oh. Oha. Boah, das ist eine Diva, ey. Das ist, das ist gut. Das ist auch gut. So. Jetzt haben wir noch Sim und Miu. Wer will. Zuerst. Ja, kann anfangen. Ähm. Mit der Kategorie hab ich nichts. Aber den hast du nichts. Ich war gestern leider den ganzen Tag unterwegs. Vorbereiten. Ja, man hätte das schon vor zwei Wochen vorbereiten können. Hatte ich, äh, kein Game Time. Hm. Jetzt kommt die Orange. Fünf von sie. Nein! Oh nein. Oh nein. Ich bin wirklich orange. Oh fuck. Was? Nein, ich bin nicht orange. Deine Haut ist doch schon mal. Jetzt bitte mal ganz kurz. Ich muss mich hier ganz kurz konzentrieren. Wow. Ja, Pops, das ist ein schwerer Beruf. Nein, ich hab, ich hab vergessen wo das Emote ist. Also pscht. Ich hab mit dir an der Seite reingezogen. Wo ist mein Lalahocker? Ja, du kannst ja als Lalah sonst nochmal... Ihr seht, die ist ja klar nochmal. Ja. So. Die war so schnell weg, ich hab sie gar nicht gesehen. Ja, dann, dann alle, alle, dann ziehen jetzt alle ihr Outfit nochmal an und hier nochmal auf die Bühne. Okay. Noch ein Runder. Warum, warum macht ihr das da? Gebt mal, geht mal alle direkt nacheinander rein, das wär gut. So. Ganz dicht hintereinander. Achso, dann geht's nicht so. Achso, wie bei Germany's Next Topmodel? Ja, 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 ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Ich hab's als erstes. Ach, verdammt, mir ist egal, jetzt. Sie benerve ich. Hm, diese Idee mit der Sonnenbrit, hatte ich nicht alleine. Aber sie hat auch richtig Style. Oh, die perfekte Teilnehmeranzahl, guck. Ja. So, jetzt einmal irgendeinen hier vorne angucken, dass ihr den Blickfokus habt auf hier vorne, bitte. Und jetzt ein Emote. Das ist ja richtig wie ein Fotografen. Ja, gut. Habt ihr alle ein Emote, das ihr haben wollt? Ja, oder einfach Spam, ist egal. Passt auch. Und dann sieht das nicht so gestellt aus. Ihr müsst bitte auch beachten, dass ich sexy Fingernägel hab, ja. Äh, schau dir mal meine Fingernägel. Ich hab die gleichen Fingernägel. Ich hab die gleichen Fingernägel. Aber ihr seid Frauen. Oh, warum tanze ich jetzt? Aber ihr seid Frauen. Was? Was? Ich hab das ganz. Oh, der raus. Sehr schön, sehr schön. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Die Fingernägel. Oha. Gut. Schön. Kann weitergehen. Okay. Dieses Hinsetzen zu dien. Okay, gut. Jetzt müssen wir uns alle entscheiden, wen wir wählen. Aber denkt dran, also... Achso, soll wir dann nicht vorne stehen bleiben? Ja, dann geht aber nicht Liz und ich runter, weil Liz und ich, ja... nur mit Abstimmen. Schmitz, ey, fast gar keine schlechte Idee, ja. Hä, die... Wenn die für uns abstimmen wollen, können sie das natürlich auch tun. Aber wir kriegen keine Preisung. Achso, ich sprich ganz hier vorne hinsetzen. Okay, dann stehen wir alle vorne. Kann ich das Outfit, ja? Kann ich mich hier nicht hinsetzen? Geht das? Ja, wahrscheinlich nicht. Wo war das jetzt, bitte? Naja, ich muss sagen, unter der Bühne ist ein bisschen was drunter gepackt. Du kannst da leider nicht sitzen. Aber was du kannst, ist das. Ja, ich hab... Ja, ich... Ja, gut. Mir das süßen liegen? Hinlegen und totschen. Ich finde die Mann, die passt dazu. Schön esoterisch. Ja. Jetzt musst du mal wieder aufstehen, ne? Wir müssen dich mal raussehen. Hä, der steht... Ach, jetzt steht der auf. Wäre wahrscheinlich gut, wenn wir alle gleichzeitig in den Chat schreiben, damit das mehr Überraschungseffekt hat, ne? Oh, warte mal, da muss ich jetzt mal wieder meinen Namen anmachen. Hm, 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 hm. Wir machen nur das mit Countdown. Ist das angeblich. Würde ich sagen. Dann müsste er aber runter... Wir würden wirklich den Gruppen machen wegen Bereitschaftsanfrage. Ja, Gruppe ist aber... Ja gut, der könnte meinen machen. Drei... Seid ihr bereit? Jawohl. Drei... Zwei... Eins... Los! Auch im Gilden-Chat. Ja, das ist egal. Man sieht's ja auch so. Oh, Entschuldigung. Der Rest der Online-Best denkt sich auch so, hä, was schreiben die die Namen rein, was los geht? Das ist ja der Sinn, damit sie neugierig werden und vielleicht beim nächsten Gilden-Event vielleicht... Sind denn andere überhaupt noch online? Ja, ich glaub schon. Äh... Ja... 100% Einer... Einer ist... Zwei. So, Ruki und Revan. Wir haben... Sind's gut. Ja... Okay, wir haben... Seid interessiert ihr Menschen. Mia, Mia, Mia... Also wir haben Mia, Sim und dann nix. Also ich würd sagen, wenn man zwei Stimmen hat, kriegt man einen von den besseren und eine Stimme kriegt auf jeden Fall einen von diesen Trostpreisen, ne? Weil von denen haben wir echt viele. Wenn man drei Stimmen hat. Babysauchen? Nein. Ach, verdammt. Wir haben uns richtig Mühe gegeben. Also jetzt nochmal, Mia hat jetzt gewonnen, danach wäre es Sim und dann nix, ne? Von den Stimmen her, okay. Jo. Äh... Ich setz mich mal kurz... Ja, wir haben zweimal Sim und zweimal Mia, ne? Ne, dreimal ganz oben. Dreimal Mia. Apfel fängt's an. Oh, ja. Ich wollte nicht nochmals schreiben, sonst wär's verwirrt gewesen. Mehrmals... Mehrmals... Ja, wir haben mehrmals... Meinst du? So wie's... Genau, so wie Paul es gemacht hat, ja. Ich find... Paul sieht aus wie so'n K-Pop-Star. Ja. Ja, ich hab extra gedacht, ich mach so Justin Bieber-Style nach. Oh Gott. Ich hab das in meine Stimme nicht gekriegt. Ganz bestimmt nicht. Ich zieh meinen Voto zurück. Naja, aber dann wär das Thema gut getroffen, ne? Oh boy. Alle... Ja, tatsächlich. Es geht nicht um Schönheit oder so. Es geht kaum, das Thema zu treffen. Aber Justin Bieber hätte auch zu Augenkrebs gepasst. Mund gehört durch. Ja. Aber ich glaub, das Thema stand nächste Auswahl. Und beim nächsten Mal dann weg. Also, der Ohrenkrebs ist schlimmer. Kann dazu eine schöne Geschichte erzählen. Also, ich tanze ja. Und einmal bei der Tanzgruppe war's so, ha, was hören wir zum Aufwärmen? Und irgendwann so Justin Bieber und all das so, ja, Justin Bieber, lass uns nur Justin Bieber hören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Frauen sind teilweise älter als ich, ne? Die sind Mitte, Ende 20. Oh mein Gott. Ich will damit was sagen, Liz. Oh oh. Ich wäre an deiner Stelle jetzt vorsichtig. Jetzt komm zu der Seitenblick ingame. Ich sag mir so, was willst du damit sagen? Los! Weiter! Wir müssen weiter voten, Lo! Ja, wir überlegen wegen den Preisen. Okay, Mia, komm mal bitte her zu mir. Weil, bei manchen Sachen wissen wir ja nicht, was ihr schon habt. Und wir wollen ja nichts doppelt stellen. Ähm, wie wär's denn mit folgendem Plan? Ihr schreibt euch auf, wer was, also, wieviel Stunden wieder hat. Das könnten wir auch machen. Ja. Aber machen wir es am Ende. Wahrscheinlich. Das wäre tatsächlich ziemlich klug. Ich schreib auch ein. Das hast du jedes Mal zwischendrinne immer wieder... Extra Punkte sind! Simi, überrascht mich immer wieder aufs Neue. Schreibst du dir da das alles auf? Ja. Ja. Aber mach das pro Runde, weil sonst ist ja bei Miu halt unfair. Ja. Okay. Übrigens der Abfall muss noch runter gebraucht werden. Ja. Chris ist übrigens nicht, Chris ist nicht zu Hause, deswegen. Also ich kann leider Phil nicht hochheben, um ihn runter zu tragen. Wow. Wow. Ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Frau Obstkorb. Darf ich, darf ich beim nächsten Thema anfangen, weil dann muss ich meine Frisur ändern? Mach das. Okay. Ich glaube rein folgenmäßig ist das jetzt nicht so vorgegeben. Muss auch meine Frisur ändern. Jitu. Ich muss auch meine Frisur ändern. Ähm, was machen wir jetzt? Ja, ich schreib gerade auf. Alice kommt danach. Okay, ich muss meine Frisur auch ändern. Oh nein, ich bin gerade in der Umkleide nix. Du musst jetzt warten. Ich werde meine Frisur erst dann ändern, wenn ich dran bin. Okay. Ich denke mal, dass wir alle das gleiche anziehen. Außer Paul. Also ich hoffe, dass Paul was anderes anzieht. Warum nicht? Sieht doch bestimmt auch gut aus. Kurze Phantasie reinschmeißen. Aber es gibt sehr viele Charaktere bei Alice, ne? Ja, ich weiß. Ich bin mal gespannt, ob nix das durchzieht oder nicht. Was wir besprochen haben. Wo wir drüber geredet haben. Du meinst das perverse? Ja. Natürlich. Ja, ja, ja. Also hatte ich eigentlich vor. Gut, gut. Was, perversus aus Alice im Wunderland? Oh, ja. Oh, oh. Boah, du, ich sag dir mal, die Spielkarten, alle pervers. Wo hast du die mit ner Hose rumrennen sehen? Was? Die haben nur nen Helm auf und mal nen Speer in der Hand. Ich dachte doch gerade, was? Alice im Wunderland gibt's ein Sammelkartenspiel? Das nennt man Gangbang. Ah. Gangbang im Wunderland? Ja, mit den Sammelkarten. Alles klar. Ich glaub du hast ne falsche Person angeschaut. Die Klippe da eh den ganzen Tag. Also Gangbang ist da nix. Also hopp. Ist ja wie mit meinen Lieblingsfilmen Sex Calibur, äh, Excalibur. Ja, ja. Ah. Holla, mein langes Schwert. Ja, das ist ne gute Musik, die kann anbleiben, das ist richtig. Die kann wirklich bleiben. Ich hör gar nix. Also es ist auf jeden Fall kein Justin Bieber. Also du meinst, du kannst wagen. Ja, das hast du gesagt, also. Ich bin ja nicht Lissandra und dies Justin Bieber. Ich find den ja ganz gut. Ich möcht's mir mit Nix ja nicht verscherzen. Okay. Na, ich find ihn irgendwie nicht so, äh. Ach so, er sieht nur gut aus. Was? Wer, wer sieht gut aus? Okay, seid ihr, seid ihr alle bereit, dann würde ich nämlich anfangen. Ja bitte, sonst reden die hier weiter über Justin Bieber. Mit Alice, Alice im Wunderland. Fast ein Counter, Liss. Beziehungsweise Fan im Wunderland. Nein, lauf einfach los. Auf die Plätze, fertig los. Beste Counter. Sehr schön. Sehr schön. I like. Ähm. Ja. Ja. Für mich ist er untenrum nackt. Aber er soll ja nackt sein. Ah. Ich verstehe. Sehr schön. Ich fand ich gut. Also ich finde, du hast den Charakter sehr gut gesehen. Ja, ja, ja. Die Pose war auch on fleek. Sehr schön. Willst du vielleicht dich bitte umziehen? Warum? Lenkt das euch ab? Bring my face. Dann werd ich mal gehen. Moment, ich muss mein normales Outfit dann finden. Oh, das ist nichts. Ob du Paulan Perversität übertreffen kannst? Nichts. Das könnte jetzt klickisch werden. Ja. Warte mal, waren jetzt schon Noten und Zuhälter dran? Das wird wiederverwertet, weißt du? Du kannst mehrere Kostüme mehrmals anziehen. Also ich glaub das ist kein Problem. Ja. Wenn du das ganz geschickt machst, kannst du ein Kostüm für alles anziehen. Was hab ich eben? Nein. Mir fällt grad auf, dass man bei dieser Männerfrise so ne Schleife hinten drin hat. Ja. Oh. Deswegen fand ich das gut. Sehr schön aus. Ups. Naja, bei der Crema Klingwig, glaub ich, bin ich das nicht, was ich brauche. Deine Frisur? Ja. Naja. Ich denk, was macht der denn da? Wenn du sie noch nicht benutzt hast. Der NPC, der da auch im Zimmer steht, der verkauft euch alte Eventsachen und andere Sachen, falls ihr die braucht dafür. Die man mal weggeschmissen hat aus Versehen. Oh nice. Können wir auch auf. Ich schau nachher. Oh ja, wir haben ja noch Feuerwerk. Richtig. Ist noch nicht Silvester hier. Ich hab meins weggeschmissen. Ich habe alle behalten. Ich habe alles. Ihr müsst, wenn einer noch das Ding sagt, hier dieses, ähm, den Champagner. Das wär gut. Mein Rücken war nicht dabei. Die reichen 999? Ja, ja. Ah ne, scheiße, von dem gab's noch. Okay, muss ich mir das nächste Mal kaufen. Die könnt ihr machen, auch gerne nachher, wenn, wenn Noten und Zuhälter rauslaufen, dann ist das bestimmt das Proto ganz gut. Ja, beim Popset hab ich mir jetzt gerne linkenlegt, hätten wir die Leuchtstäbe machen können. Ja oder so, genau. So zum Schluss. Stimmt, links und rechts vom Laufstäbe. Ich bin soweit. Ah, auf geht's. Und man beachtet, diese tolle Frisur. Was? Komm. Sehr geil. Du musst hintenrum weg. Oh, das ist fern. Nichts ist disqualifiziert. Das hat jetzt voll mein Vibe zerstört. Nix, leider hab ich kein Foto heute für dich. Na toll, hintenrum muss ich aber übers Sofa springen darf ich. Ja. Warum, warum darf jetzt nix hier ausfüllen? Oh, schon die Gruppe. Falsche Frisur. Nix, bitte setz deinen Hut wieder auf. Ja bitte. Du machst mir an. Besser. Die Frisur. So, dann geh ich jetzt nächstes. Bob Ross hätte eine Eins gegeben. Ja, laber nicht so viel und schneid mir die Haare. Ich find's jetzt schon. Wer möchte entscheiden, wer gewinnt? Und ich hab erst zwei Leute gesehen, ne? Ich glaub, der hat die Frisur nicht gemacht. Also ich möchte nur mal ne kurze Zwischenfrage machen. Macht jemand Hampty Dumpty. Haben wir uns überlegt. Geht nicht. Ich hab auch gesucht. Ich hab ein Ei-Outfit gesucht. Es gibt kein Ei-Outfit. Aber es gibt die Ohrringe mit dem Ei. Und dieses Meiner-Helmchen. Und dieses Meiner-Helmchen. Ja, aber du bist da nicht fett. Das ist das Problem. Ey, ich wüsste nicht fett. Das wird schwierig. Vielleicht dieses Schokomapel-Kostüm? Mhm. Zum Beispiel. Und das Schwein. Oder das Schwein. Oder das Schwein. Zumindest du noch. Das Schick. Oder du gehst einfach als Lala-Felder raus. Als Lala wär's gegangen, weil Lala ist eine der einzigen Rassen, die nen Glatze haben können. Ja, vor allen Dingen, es gibt der Matrosen-Outfit. Ja, aber dann kannst du das Schwein nicht anziehen. Aber das Ohrerteil, oder? Ne, auch nicht. Das ist ein ganz klarer Anzug. Ja, das ist ein Over-Word. Also da kannst du nur den Helm. Schade. Gebrotige. Oh nein, das ist jetzt aber nicht grad. Schlackschme. Weg damit bitte. Weg damit. Weg damit jetzt. Okay. Ich bin ready. Let's go. Oh, das wird jetzt schwer. Bist du die Grinsekatze? Guck mal nix. So macht man das, ne? Guck mal nix. So macht man das, ne? Ja, ja. Du mich auch. Wer ist das? Kannst du, wenn du magst. Du musst ja, ich glaub Frisur wechseln, oder? Ja, ich muss Frisur wechseln. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so müde. Oh mein Gott. Was hast du denn? Was für Tabletten gibt man noch mal Kindern, die hyperaktiv sind? Schlaftabletten? A-D-H-S. Tabletten. Ja, aber es gibt doch so, die heißen auch noch so einen speziellen Namen. Ja, Schlaftabletten. Ja, okay. Zum Einschläfern. Baldrian-Tropfen. Ja, Baldrian kannst du denn? Oder das, was meine Oma nimmt? Bachblüden, generell. Also ich finde Schlaftabletten in Kombination mit Wodka am besten. Ja. Mensch, Mensch hat so viel Cocktail, ne? Na immer die für Kinder, nicht für mich. Achso. Na wer weiß, ne? Wenn du die Wirkung schon kennst, irgendwo musst du es ja getestet haben. Ah, ich trinke keinen Alkohol. Hm. Was? Naja, außer Bailey und Eierliecker. Jetzt bist du mir unsympathisch. Wieso? Oh, Leute, die keinen Alkohol trinken, denen vertraue ich nicht. Die haben irgendwie Dreck am Stecken. Außer Bailey und Alkohol. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ja! Wir sind alle bereit. Duot. Ah, schöne Strophe. Oh, das Detail. Gerne. Dass er aber dafür extra ihre Beine anmalen musste. Ja, voll die Painting. Soll ja in sein heute. Ich fand das Häschen gut. Mhm. Das meinte ich mit dem Detail, ja. Ja. Oh Mann. Oh mir. Ja, aber jetzt wird's schwer. Kannst dich noch schnell umentscheiden. Besser nicht. Mach doch die Raupe. Mach die Raupe. Nein, die Raupe wollte ich auch nachmachen. Das ist mir aber auch nichts eingefallen. Ja, ich hab nix drüber gesprochen gehabt, wie man die Raupe machen könnte, aber... Ja, mit dem Schweinchenkostüm in blau. Ja, eventuell, ja. Ja, theoretisch gibt es ja auch noch die rote Königin und die weiße Königin. Ab in dem Kopf. Die Rote Königin ist doch da hinten. Ab in dem Kopf. Meinst du mich? Das ist der Hutmacher. Nee, das ist die Rote Königin oder nix? Äh, ich bin der Hutmacher. Wow. Paul, also bitte. Wow, Paul. Paul hat ein Hut auf, ne? So ein Katzenzylinderhut. Ja, das restliche Outfit ist auch nicht wirklich Königin. Ja, du kannst. Rote Königin trägt übrigens ein rotes Kleid. Leute, Aufmerksamkeit. Okay. Oh. Oh. Auch sehr schön. Ehrlich. Oh ja, dass Inno passt. Hat natürlich jetzt schwere Konkurrenz mit Pauls Hasen, ne? Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Mio, hast du für das Thema ein Outfit? Ja, das habe ich schon gesehen. Jetzt geht's los. Ich finde es aber gut, dass wir trotzdem nicht alle den gleichen Charakter genommen haben. Ich habe, ja. Hutmacher wäre meine andere Wahl gewesen. Werd ich nicht. Dass Alice Dinks so gut hätte machen können. Und ich hätte jetzt schon den Zylinder. Und diese hässliche Hose. Ja, ich habe auch den Zylinder und ich habe noch so einen anderen Zylinder. Der hätte auch noch voll gut gepasst. Ja, dieser Steampunk Zylinder, den hat mir Mia schon gezeigt. Ne, ich habe diesen aus Duns Gife. Der Heiler Hut, der ist so ein bisschen zerknautscht noch, weißt du? Ah, ja. Der würde auch gut passen. Aber... Der hat hier was wie eine Spielkarte an der Seite. Ja, das ist halt sehr perfekt. Muss man einfach sagen. Und alle außer Paul, denke ich, haben das auch sofort erkannt. Ja, ey. Kann man ja mal verwechseln mit einer Königin in einem Outfit. Ich bin doch Alice bewandert. Ja, aber... Aber... Ja. Ich habe eine halbe Stunde gegoogelt, um den Hasen zu ficken. Ja. Ja, Fresh Pizza. Es sind verschiedene Themen. Aktuell ist gerade Alice im Wunderland. Wie man vielleicht mit ein paar Charakteren erkennt. Oder hier zum Beispiel. Biu, ein Emote. Das reicht doch. Das ist doch ein Emote. Mein Gott. Der Otter da hinten hat auch eins gemacht. Oh, bitte. Guck, jetzt kommen sie gar noch nach vorne. Okay, ich stimme für den Otter. Der Otter ist der Champion. Ja. Aber wenn wir für Otter stimmen können, würden die alle gewinnen. Dann gebe ich alle Preise an den Otter. Ja. Wäre auch fair. Ich finde es übrigens lustig, dass Sim und ich genau das gleiche Blau genommen haben. Ja, das ist auch das passende Blau. Ich habe dieses... Ich habe auch... Ich habe gegoogelt, wie die aussieht und dann das Blau... Du auch. Ja. Also, ich habe einfach ein billiges Blau genommen, was auch besser aussieht. Vergesst nicht, wir müssen alle nochmal auf die Bühne. Okay. Nix, du weißt hintenrum rein und dann auf die Bühne gehen, ne? Ja. Vielleicht sollten wir uns nach Charakteren sortieren. Also, vielleicht erst die Alice, dann die Häschen und dann der Hutmacher. Warte, jetzt mach noch kurz. Sie sind ziemlich vorne hin. Oder in der Mitte den Hutmacher und dann rannt die Hase. Oder den Hutmacher zuerst, weil er der einzige Hutmacher ist. Ja, das sieht hier besser aus. Aber wir müssen nix doch vorlaufen. Also, zeigen, wie sie laufen muss. Das tut vielleicht nicht. Rein bin ich mehr gekommen. Es ging ja bloß mit dem Rausgehen. So. Oh nein. Nein. Ja, ich bin nur Jury, ja. Und ich filme es halt das Ganze. Quasi. Streame, filme, was auch immer. Ja, es ist schwierig. Sollen wir jetzt wieder Emotes spammen? Ja, bitte. Äh. Sag mal, kann es sein, dass wir das gleiche Emote auch genommen haben, Liz? Wenn du dich auch selber betrachtest, ne? Ja, er ist jetzt wie die Schwester. Gut. Okay. Sie dürfen sich umziehen. Es wächst ja immer. Nein, nein. Wir müssen doch mal abstimmen. Er gewonnen hat. Ja. Kann keiner die Regeln? Nein, nee, nee. Wieso herrscht die Anarchie? Wieso herrscht die Anarchie? Natürlich herrscht die Anarchie. Wer ist der Film nochmal, wo Anarchie für 24 Stunden ist? The Purge. The Purge. Das sind 12 Stunden. Achso, okay. Mein Gott. Sorry. Die 12 Stunden mehr oder weniger machen den Cole auch nicht fett. Also, habt ihr alle geschrieben? Nee, äh, warte. Ich muss mich noch... Ich muss noch hier... Nehm ich den Nackten und Paul? Es ist der Otter! Der Otter! Achso, ja. Ja, okay. Wenn ich Chris gewesen wäre, hätte das noch besser geklappt, weil... in Hell geht das schlecht, aber Brauntöne kannst du richtig gut treffen. Okay. Waren alle geschrieben? Ja, ich bin... Okay. Dann 3, 2, 1, jetzt! Ja, tja. Schön. So, warte mal. Jetzt wird's aber, glaub ich, schwierig, oder? Das sind wir gleich dann, oder? 3... Oh, 4, nix. Okay, das ist ich einfach. Danach... 2 Mia und 2 Miu. Hm. Dann können wir jetzt quasi alle nochmal entweder Mia oder Miu abstimmen, oder wie machen wir das jetzt? Oder haben wir einfach beide gewonnen? Ja, können einfach beide. Wir haben ja... Wir machen einfach nur die Kategorie der Preise, dass die, die immer sozusagen die Kategorie gewonnen haben. Also in diesem Fall wäre das ja nix. Die kriegt halt einen von den besonders coolen Preisen und die mit mehr als einer Stimme, die kriegen dann halt so einen von diesen mittelcoolen Preisen und für den Rest gibt's dann Großpreise. Aber wir müssen halt am Ende gucken, wie das so aufgeht, ne? Mhm. Mit den Preisen. Ja, zur Noten müssen einfach die Leute Preise zurückgeben. Hey, hier ist ein Preis! Aber es geht nicht auf! Ja, das war jetzt schon benutzt, aber gib es zurück! Ja, genau. Also Leute, am besten sofort benutzen den Preis, ne? Ich hab's gehört. Es könnte eventuell am Schluss nicht mehr aufgehen. Und was zu den... es gibt noch Funfacts zu den Preisen. Einige haben richtige Sondereffekte. Oh. Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Jo, Noten und Zuhälter! Yay! Wie viele LANs ausspricht. Okay, da muss ich nämlich mal ganz schnell wohin. Ja, der Hutmacher ist auch gut, ja. Der war auch. Ich auch. Sonst wird's nicht jugendfrei. Ich brauch nur ein Phantasia. Was? Echt? Okay. Nein. Dann gehe ich kurz meine Oma füttern. Nein! Moment. Ja, mit... Tabletten. So! Ich werd' natürlich kein Phantasia, ich bin fertig. Ich geh' einfach als Alice Note. Ach so! Sieh das breit aus, dann reicht's schon, was ich drum fahren! Vielleicht gibt es ja so'n Fetisch! So auf Strapse so? So'n kleinen Loli-Fetisch! Oh! Oh, hey, hey, hey! Oh, wie? Was? Loli? Oh ja, das hört sich gut an! Ja, aber Lala sind ja leider keine Lolis, das sind... Ah, nee, da, nee, da... Das sieht schon aus wie welche. Wieso? Was? Lala sind, äh, Chibis, und Chibis sind keine Lolis. Okay. Das geht mir zu tief in die Materie. Ja. Aber sie können doch auch welche sein. Geht nicht beides? Ja. Eben. Ja, aber die... die sehen aus wie Kartoffeln, Kartoffeln sind keine Lolis. Ja. Das ist dann wieder... das ist dein eigener Geschmack. Aber eigentlich... Guck mal, da läuft Gemüse rum! Hey! Oh, das Gemüse... Ui, das Gemüse extrapsen... das Gemüse extrapsen an! Hey, jetzt geht's los! Hey! Okay, Gemüse ist nicht so mein Ding, aber wär's Bacon? Oh! 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 Bacon auf dem Laufsteg! I like! Der hätte aber alle Wettbewerbe gewonnen! Äh, es müssen noch drei Stück kommen. Wir hatten jetzt zwei, wir hatten Popstar und Alice. Und jetzt kommen noch drei. Soll ich am besten anfangen, weil ich bin ja, ähm, das Schlechteste überhaupt. Moment. Dein Zweckkaninchen war grad in Fenrian drin. Das sah nicht schön aus. Ich mach mich einfach mal fertig, ne? Miu, bist du da auch dabei bei der Kategorie hier, oder? Nein. Ja komm, da kannst du ja... Da kannst du ja irgendwas bikinimäßiges anziehen und komm mal drauf auf die Bühne. Ja. Ja, das kann ich probieren, irgendwas. Hast du noch Zeit? Vielleicht findest du was in deinen... Wieder da! Bibinchen! Wer hat kein Nutten-Outfit? Miu. Ich! Du musst einfach... Es gibt so viele Strapsen in diesem Spiel, ne? Bei... Bei Frauen ist das nicht so schwer, also... Bei Lala ist das so schwer. Also strapsen und äh, halterlose Strümpfe geben Bonuspunkte, ne? Also... Mach dir einfach schnell, Mann! Winky Face! Winky Face! Ich müsste dafür halt eben einfach rausgehen, weil ich alles in der Ruhe hab. Ja, ja. Nein, ist alles hier. Achso. Clemaklingeln ist hier. Ja, alles ist hier drin. Ne, nicht in der Clemaklingel, sondern in dieser Projektion ist... Achso, ja, ist ja nix auch, die ist auch weggegangen. Ja, ja, mach nur. Wir waren nie. Wir haben jetzt so jetzt. Find irgendwas hier. Ich sitze so lange als sexy Hase hier noch rum. Ich find irgendwas zu meinen. Was halt nackter Hase meinst du? Pausen und Haltung. Warte, 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 warte. Sehr schön. Geh, vielleicht bin ich doch weg. Den komm ich aber nicht wieder. Geh, es kurz Zigaretten holen. Jetzt stellt euch mal vor... Wenn man das Emote im Sitzen machen könnte... Hm. Da gäbs ganz, ganz schlimme... Ganz schlimme Sinn. Du kannst das mit nem Lala-Fell, der sich totstellt und den Rogadin, der Liegestützen macht, simulieren. Ja, das schon, ja. Alter. Hast du den gerade fast zugehört? Einfach totstellen und dann jemanden Liegestütze. Genau. Aber nur männliche Lala-Fells. Nur männliche. Ey, natürlich. Es geht auch mit männlichen Mikoten, weil die liegen so nach oben. Da geht das... Mit Auras geht's nicht. Ja, ist auch gut so. Ja, genau. Wobei, ja. Ja, doch ist gut so. Ja, sie hat diese... Es geht, sie hat irgendwie diese Opferstellung. Ja. Die ist aber auch gut. Das ist echt... Okay. Gut. Das wir drüber geredet haben. Ähm. Das hat ne Heune auch. Ist auch abgehakt, zack. Oh, guck mal hier, sie liegt schon mit dem Kopf unterm Stuhl. Sie will nichts sehen davon. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Sieht gut, von oben sieht's gut aus. So, was ist das eben heute her? Ah. Alter, also kann ich nicht rausgehen. Das sieht merkwürdig aus. Lauf, lauf Soma durch Limsa. Es gibt komische Menschen, die würden da bestimmt draufstehen. Also alles ist gut. Oma, jetzt siehst du auch, dass du auf dem Sitz schlafen. Sieht gut aus. Also ich bin... Also ich bin soweit. Ich dachte, ich müsste auf dem Sitz schlafen. Wir müssen aber warten, bis alle wieder hinsen. Nene, ich hab's eben gerade... Okay. Ich bin schon unterwegs. Okay. Ups. Ich höchst den Kopf ab. Weg mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. Ja, das sind wir wieder beim Thema. Ah, Rap. Na ein Stück. Na ein Stück. Na ein Stück. Warte. So, ich bin wieder da. Wippee. 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 Oh, jetzt bist du aber ganz... Verdammt nochmal. Muss ich umdrehen, umdrehen. Einfach umdrehen. Ja. Ne, noch ein bisschen. Weiter. Wir kriegen das noch... Jetzt, jetzt, jetzt könnte es... Hä? Was? Irgendwie geht da was nicht auf? Ja. Schön, mit der Musik sah das grad gut aus, wie du umgefallen bist. Perfekt. Geht doch. Man kann das auch so packen, dass man sich richtig drauflegen kann, aber ich hab das vergessen, wie das ging. Halt der 4. Genau. Irgendwie sieht das scheiße aus, wenn ich sitze mit der Hose. Ja, muss ich vorsichtig sein. Es sieht hier doch ein Rock aus. Es sieht von vorne ziemlich lustig aus. Ich wechsle immer auf was anderes. Ich mach die Haare mal weg. Paul hat die Haare. Die Haare, die Kima auch hat. Der Anti-Dante, der... Hey! Haha, der Anti-Dante, genau. Ich hab doch... Ich hab nix, ich bin... Ich bin mich am umziehen! Wow, Paul, jetzt machst du da hinten! What the heck? Paul! Der hätte auch mitmachen sollen. Den hätten wir mal dazu überreden sollen. Der hätte auch mitmachen sollen. Also jetzt muss es noch nicht ausziehen, Team, ne? Nur weil Paul jetzt da ist. Was? Okay, nenn sie mich mal ganz schnell wieder an. Mann! Aha! Schon... Ups! Zu spät! Jury-Beeinflussung! Ich find meine original Haarfarbe nicht mehr. Also mir scheiß... Ja gut, das ist äh... Hast du schon unter dem Bett geguckt? Warte, pack ich mich gleich rein. Achso, wir haben übrigens auch hier hinten eine Abkühllounge. Also für alle, die... Ja, ich hab das grad schon gesehen. Oh, da steht jetzt nur grad das Orchestrin im Weg, aber... Ja, cool! So... Badezeit! Jui! Ja, also in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne alle so ein bisschen Halligalli... Also wir müssen jetzt nicht gestapelt. Ich glaub, die HV war halt. Äh, Sim könnte uns mal ein Statusreport von ihrer Luft geben. Im Zimmer. Also, ich bin fertig, also... Aber... Seid ihr schon alle da? Ja, ne, der Rest noch nicht, aber... Das mein ich ja, also... Ach so, ja! Ne, die stickige Luft ist immer noch da. Mhm, mhm. Aber... Ja... Ja, ich fertig! Hast du... Hast du ein Fenster im Zimmer? Ja, das ist mit ähm... Kann man das öffnen? Oh... Schlag's kaputt. Aber man kann's trotzdem öffnen, oder? Ne, ich hab's mit ähm... Ganz viel Panzertape zugeklebt. Hm. Was? Damit kein Licht durchkommt? Ja, und kein Sauerstoff. Ach so, ja. Alles klar. Kann man äh... Kann man machen. Du... Du verträgst die Luft von der Erde nicht, oder? Ja. Ah. Wer sagt denn, dass ich auf der Erde bin? Ja, eben, deshalb hat sich ja Luft nicht zugemacht. Ja, das ist doch mal gutes WiFi. Haha. Wieso, sie ist denn hier bei den Satelliten? Oh, ich... Also... So, ist auch voll. Ja. Seid jetzt alle da? Nein. Wenn du ready möchtest... Mio ist auch nicht da, oder? Ich bin drin. Warte. Nein. Nein. Hast du gerade gesagt? Nein. Ich bin drin. Nein. Ich meine... Okay, hallo. Super. Sie hat sich nur schon ans Thema angepasst. Weißt du, weißt du, was ich das Schlimme finde? Das sind nicht mal die Männer, die jetzt hier diese dummen Witze machen, sondern das sind die Frauen die ganze Zeit. Ja, das müssen wir hier mal erwähnen. Okay. Oh Gott. Ganz mit der Ruhe. Okay. Wenn du bereit bist, kannst du. Ja, jetzt sind glaube ich ja. Alle da. Schöne Musik. Ja, das passt. Ja, das passt. Oh boy. Du musst jetzt, wenn du streamst, so einen schwarzen Balken drüberlegen, weil das ist Kinder. Ja, ja. Gleich. So einen schwarzen Kreis. Oh, ich hab damals auf meinem Bildschirm, ich seh nichts. Genau, so eine schwarze Balken mit meinem Bildschirm. Will hier immer ansonsten mache ich. Mach du. Du bist doch schon auf dem Weg. Du bist schnell. Du bist doch schon aufgesprungen, konnten wir ja nichts mehr sagen. Wer hat gerade gesagt, ich komme gleich. Das war hier nichts. Nein. Nein. Das war Miu. Miu? Das war nicht ich. Nein, nicht ich. Oh. Dann weiß ich nicht, wer es war. Ähm. Wo ist der schwarze Balken? Scheiße. Ja, vorbei. Jetzt ist es zu spät. Ja. Jetzt haben wir schon alles gesehen, verdammt. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Als ob mal deiner Brust noch einen zweiten Kopf hätte. Paul kommt, Achtung. Wow, jetzt aber. Sehr schön. Sehr schön. Ich mag die Schuhe. Wieso kommt mir das so bekannt vor, dieses Kostüm? Ja. Es erinnert mich an Weihnachten. Tja, nur ne neue Formel. Verwertung von Materialien sehr gut. Ja, aber das Wichtigste fehlt. Wo ist ein Chris? Du hattest doch noch einen Chris dabei. Tja. Frag ihn. Er ist seit Wochen nicht mehr da. Ja. Darf ich, oder? Ja. Wir machen. Wenn jemand aufgestanden ist, geh einfach. Oder mach's wie Paul. Ja, geh zuerst. Einfach hinrennen, so. Ja, möchte jemand anders? Oh. Oh, ja. Jetzt bin ich schon drin. Das ist aber schade. Oh, möchte ich jemand anders? Oh, jetzt bin ich schon drin. Oh Gott. Zum Thema jetzt. Er wollte gerade sagen, das passt irgendwie gut zum Thema. Ja. Okay. Ob ich wirklich richtig drin bin, das sehe ich, wenn das nicht dein Glied, oder was? Genau. Ähm, das wäre ziemlich weird. Dinge, die man nicht beim Sex hören möchte. Bist du schon drin? Sag mal, warum posierst du jetzt schon? Wir sehen dich da doch gar nicht. Klaffe. Was heißt die Klaffe? Ich muss dazu sagen, ich habe mich irgendwie an der Kortisane damals in Sonnenküste orientiert. Ja. Aber das ist voll cheaten. Die Katzen haben die beste Pose für sowas. Ja, das wollte ich... Das finde ich aber auch. Ja, gut. Gut, ja. Ich schätze, Nala kann nicht sexy aussehen. Doch, du bist die sexieste Kartoffel, die wir jemals gesehen haben. Ey, Imerine. Imerine. So. Und das will schon was heißen. Ich bin also die heiße Kartoffel. Ganz genau. Es ist dann nicht eine Pellkartoffel? Ja, du. Das ist dann, wenn du das letzte Kleid am Stück... Heute auf Reddit wurde extra ein Bild gepostet von dem Lala, der sich auf ein Feuer dreht. Baked Potato ist der Titel. So, ich bin fertig. Okay. Du kannst, wenn du möchtest. Oh. Oh. Oh, ja. Das sieht gut aus. Oh. Übrigens fand ich das auch gerade schön, dass du jemanden angeguckt hier gesessen hat, weil dann guckst du nämlich auch schon zur Seite, wenn du rauskommst. Hä, nix hast du so ne Brille auf? Aber das gibt Zusatzbonus. Oh, ja. So ne richtige Lehrerin. Eigentlich wollte ich ja ne Domina machen, aber leider gibt's keine Peitsche. Ja. Ja. Ich muss aber noch mal... Das Schwänzchen reicht als Peitsche. Ich muss aber bei SE schreiben. Peitsche Klasse. Oh, Dominik Klasse. Äh, Dominik Klasse. Äh, Dominik Klasse. Gibt's ja nicht sowas in Final Fantasy, eine Klasse mit Peitsche? Nein. Ne, leider nicht. Äh. Ich glaub die, 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 die die Sätze, wenn da ein bisschen auswendig führen. Wie? In Final Fantasy Tech gibt's da nicht irgendwas in Feuer... Feuerpeitsche oder so? Ach. In Final Fantasy 8 gab's einmal. Bremse, Bremse wär auch mal schön. So seltenen Games. Im 8er gibt's auch das mit der Schwingsense. Ich mein, so, 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 so richtig schön, so richtig oldschool, so richtig schön großes Ding. Siehst du, Final Fantasy 8, da kamen die speziellen Klassen. Nein. Falschensensen. Deswegen, es wird, darf auch nicht mehr gespielt werden. Falschensensen. Falschensensen. Jetzt wird's die Final Fantasy 8. Soll ich noch dazu sagen, dass die mit der Falschin Nerdier drin war? Ja, siehste, siehste. Oh. Boah, konnte sie ein Lineal sich auch noch nehmen, so... Tsch. Nein, aber sie hat so eine Hochsteck. Bleiter bereit? Ja. 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 Wir sind breit, wenn du breit bist. Oh, vielleicht der hat das neue Outfit. Oh. Oh Gott. Kleiner, kleiner Funfact zu dem Outfit. Inspiriert ist das von einem Google-Image. Googelt niemals Nutten. Oh wow. Oh wow. Danke, danke für den Hinweis, Paul. Nutten. Paul hat das für mich gebraucht. Hat das auch 30 Minuten gebraucht? Du musst auch auf Google-Image, also auf Bilder gehen danach, Sim. Okay. Ich will sie nicht mehr. Okay. Eklass. Also... Nächstes Thema, bitte. Sind alle durch? Ne, Miu war da. Nein, nicht. Miu geht grad rein. Ich hoffe, wir sind alle durch. Schön. Bad life. Ne, bist du schon drin? Es tut mir leid. Ich hatte gerade verstörende Bilder von mir. Und die Frage war, sind alle durch? Hello darkness my old friend. Seid ihr schon alle drin? Oh, oh mein Gott. Das klang jetzt sehr merkwürdig. Kann nicht sein. Was? Help me. Ich sag nie merkwürdige Sachen. Nein. Ich sag merkwürdige Sachen. Ja. Hm. Eigentlich bin ich völlig... Ne, ich bin bereit. Okay, okay. Auf. Wenn du kannst, danke. Oh boy. Oh. Jetzt wird's schwierig. Das ist bis jetzt die schwierigste Kategorie. Das stimmt. Oh, eine Go-Go-Tänzerin. Was ist denn das für ein Tanz, ey? Normales Tanzen. Das ist normales Tanzen auf Auras. Ah, cool. Also die Aura ist schon ne sexy Klasse. Ja, toll. Tja. Ich hab hier alles für Handicaps. Ich hab hier alles für Handicaps. Guck mal, das größte Handicap hab ja ich als Mann, ne? Nein. Du hattest nen halt nackten Hasen. Also das ist schon mal sehr effektiv. Mhm. Okay, jetzt nochmal fürs Gruppenbild, oder? Ja, ja bitte. Ich find die Schuhe total genial. Ja. Du bist ja zwei, du bist vom Netz. Na gut. Ich find's so interessant, dass ich wirklich alle den... Irgendwie. Oder im Rotton sind. Ja. Die Schuhe sind echt Burner. Weil der Zuhälter soll in die Mitte. Geh in die Mitte, Paul. Ja genau, in die Mitte mit dir. Das ist eigentlich... Ich hatte mal ein Outfit, da hat er mal ne gigantische Ohr um. Das hab ich nicht mehr. Das hab ich eigentlich gesucht. Ah, das ist jetzt schwierig. Scheiße. Wer hat den Otter, wem gehört der Otter? Ah, okay. Entschuldigung, du hast mein Schwanz im Gesicht. Wow. Okay. Ja, okay. Ja, gut. Was soll man jetzt dazu noch sagen? Oh boy. Krieg ich hier ne Bedenkviertelstunde? Ahhhh. Ich lehme alle. Ja genau. Ja, außer eine Person, ne zwei Personen. Ah, das ist echt schwierig. Ich bin eine. Wisst ihr was das Gute ist? Also was meine normale, meine normale Weber Klasse ist. So renne ich jetzt immer mit Weber rum. Sehr gut. Das ist schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Oh man. So, alle bereit? Nee. Also halt, ne? Nicht so möglich. Er geht einfach. Oh. Ja. Ich muss nicht. Alter. Kann man, kann man auch für mehrere stimmen? Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ah ne, wartet mal noch nicht abstimmen. Ich muss noch was machen im Gilden-Chat vorher. Scheiße. Sonst kommt man ja wieder durcheinander. So jetzt. So, alle bereit? Wir können ja sonst, falls wir jetzt alle zwischen zwei schwanken und alle die eine Person nehmen und die andere am Ende sehr wenig Stimmen bekommt, kann man das ja hinterher nochmal sagen. Sowas wie, ich finde aber der und der hat trotzdem auch einen guten Preis. Mach doch, mach doch in Klammern dann eine Zweitstimme. Okay. In Klammern, den der soll. Ah, das ist immer noch schwierig. Also ich würde erstmal ganz nochmal für den einen stimmen und dann, wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, dann... Okay. Oder wenn halt jemand zu wenig Stimmen gekriegt hat. Okay. Also ich gehe da erstmal eine Stimme. Alle bereit? Ja. Ja, Mann, das passt richtig gut. Und sie kann ja nicht dafür, dass sie gerade Lala ist. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht so leidigend, ich auch gegen dich, nur gegen Lala. Silm ist die einzige, die wirklich aussieht wie eine Nutte am Straßenrand. Weil alle anderen Klassen sehen halt für eine Real-Life-Nutte zu gut aus. Naja, also Nyx sieht schon so nicht... Und der Lala an sich sieht von allgemein so gut aus. Das ist halt classic, ne? Also Nyx sieht schon ziemlich nutig aus und hier. Nein, nein, ich meine vom Verbrauchtheitsgrad her. Weißt du, Nutten sind ja nicht mehr so frisch und der Lala ist einfach... Was erzählst du denn für einen Stuss? Was denn? Du hast wohl noch nie eine richtige Edelnutte kennengelernt. Na, glaub ich auch nicht. Nix, soll ich dir mal eine Geschichte erzählen, als Lisse und ich beim KFC waren? Oh nein. Oh boy. Da fängt schon schlimm an. Da sind wir abends von der Autobahn gefahren und ich musste wenden. Und da waren so Wohnmobile. Wohnwagen. Und da habe ich zu ihr gesagt, warum campen die hier? Das ist doch gar kein schöner Ort. Wow. Weil ich nicht wusste, dass die da sind. Das ist doch so süß. Ja, diese alleinstehenden Frauen kämpfen hier in ihrer Freizeit. So, wir haben einen, äh... Wir haben so einen Kastenwagen bei uns um der Ecke stehen auf der Bundesstraße. Da steht Eva und Bea drauf und jeder weiß, was Eva und Bea machen. Obst verkaufen? Bei uns gibt es sowas. Ja! Vielleicht ist... Vielleicht ist der auch noch nicht so traurig. Also meine zweite Stimme wäre auf jeden Fall nix gewesen. Äh, äh... Dann wäre es gleichgestand gewesen. Wir reden über die Bezahlung nachher, oder? Wie bitte was? Ach so, ja, ja, klar. Okay, gut, gut. Jetzt muss schön durcheinander damit alles nochmal verwirrt sind. Ähm... Sehr gut. Was aus 7 stimmt, der war nochmal Doppel-Doppel. Ich wollte mich hinsetzen und hab... Enter hoch, Enter... Enter... Und... Da war halt... Och mann... Da war auch Mann? Ich... Ich seh schon. Also ich muss ja sagen, die Stiefel find ich auch obercool. Neue... Es legt mir doch nicht mal 23 Uhr. Das ist ne andere Scheiße. Aber wir schreiben ja nicht. Rechen nur. Ach so. Okay, dann... zur nächsten Kategorie Elemente. Oh, Itza. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dann erklärt uns auf euren Nationen den Krieg. Wer möchte als erstes? Ja, das sieht so aus, sonst möchte keiner. Sehr gut. Ach, dann mach ich. Okay. Ich hab kein Outfit. Ich hab kein Outfit dafür. Wie gesagt, einfach nackt laufen. Dann nimm ihm nochmal das Zuhälter-Outfit und sag einfach, du bist... Liebe. Kupfer, Kupfer. Liebe, ein schönes Element. Ja, kennst du das Element der Liebe nicht? Das ist mir tatsächlich neu. Ja, ist ja noch nicht ein Periodensystem. Ja, ihr habt ja noch... Das beste Thema, seh das letztes. Schade, dass wir nur einen Mann dabei haben. Ja. Echt? Ich fand jetzt das Lootenthema ganz gut. Ach, war es jetzt Elemente vom Elemente? Ich dachte jetzt sowas wie Feuerwasser... Das letzte Thema ist halt witziger, glaub ich, für männliche Charaktere, die sich weiblich verkleinern, als andersrum. Ja. Ist auch schwerer. Ja gut, du kannst halt nicht wegschneiden, was da ist, ne? Ist auch recht schwierig, es gibt kaum... Ja, ja, ja. Ich hab das Bunny-Kostüm jetzt, ja? Doch, bei Frauen geht das. Ja, Frauen gibt's sonnenweise. Wenn man schon mal beim Heiraten war, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit. Naja, aber du hast halt, äh, das Problem, wenn du... Da hat Lala den Vorteil, wie gesagt, bei dem Thema, weil wenn du eine Klasse bist, die große Brüste hat, hast du es schwer, deine Brüste zu verstecken. Naja. Ja, das ist das Schwierigste, ein Outfit zu finden, wo man die Brüste nicht sieht. Ich bin fertig. Dann los. Und ich hoffe, dass man überhaupt erkennt, was ich bin. Kohle. Geld. Gold. Ah, Licht. Die Sonne. Die Sonne. Sonnenblume. Du möchtest mit deinem Thema sagen, dass du zu viel Geld besitzt. Ja, genau. Ups, äh. Und? Was ist deine Antwort? Ich will da gleich drauf zulassen. Ich bin Gold. Wenn man zum Geld geht. Ich bin das Element Gold. Okay. Ah. Ja. War auf jeden Fall, äh, durchsichtig. Also. Das, was du bist. Die Kleidung. Ja. Die Kleidung war durchsichtig? Kannst du nochmal ausglauben? Ich hab da nicht. Mal das Thema. Jetzt mal ranzuchen. Hier. Oh, hey, der kann es da. Oh. Ja, die hat sich grad eingeloggt, aber, ja. Bisschen spät. Aber das ist das. Er kann ja noch bei zwei Themen mitmachen. Ja, ja. Kann er ja. Er passt zur Nutte. Wow. Hey, das ist traditioneller Stammes, äh, Tracht. So nennt man das heutzutage also. Ach ja, übrigens, man hat das Wichtigste vergessen. Schaut bitte mal auf meinen Beruf. Was? Nutte? Äh, äh, äh. Äh. Stufe 11. Goldschmied. Ohhhh. Ahhhh. Also bitte. Die, die den Rüstel rubbelt. Alles klar. Hast du noch eine Zusatzinfo? Rubbelt. Nicht rupft. Okay. Rubbeln? Fuck ab. Ja, sie ist die Rubbelmeister. Hallo. 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 Oh, warte, da muss man was leiser machen. Uhhh. Ich glaube, ich soll mir mal was anderes anziehen. Ach Gott. Du bist so gut. Du machst es doch gut aus. Du machst es doch gut aus. Nein. Du kannst durch Limsa laufen. Ich glaube, wir machen danach ne Nutten-Schau durch Limsa. Jaaa. Du kannst. Bin sicher, wo wir der Standardplatz. Oh. Ich habe jetzt einen kurzen Moment grad gedacht, Mia kommt raus. Hey. Wow. Racist. Wasser. Oder Wind. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es Periodensystem oder nicht ist. Beides in dem Fall. H2O. Okay, gut. Okay, gut. Ah, das ist auch gut. Ich bin H2O. Okay. Ja, H2O. Wirst du das Leben nicht mehr proben, stürze dich in H2O, also stürze dich in Lissandra. Hehehehe. Das Thema Nutten und Zuhälter kommt nie mehr. Das bleibt einfach jetzt den ganzen Abend. Das war doch eh schon immer das Hauptthema bei uns, oder? Ja, gut. Das ist immer Thema Nummer 1. Wer ist jetzt in der Umkleide? Mio, oder? Okay. Hello darkness, my old friend. Das ist schon das zweite Mal, ne? Ja, ja. Ist schon jemand in der Umkleide? Die Musik ist gut, ne? Ohhhh. Ich hör sie nicht. Nein. Ist wie so Klostermusik. Ich sing. Clap your hands, clap your hands. Nur einer, clap da irgendwas. Nehmen wir hin. Oh, Merry ist da. Was? Mhm. Sie ist gerade eingeloggt. Ja, ich seh nichts. Achso. Meinst du, er erinnert sich noch an dich? Nein. Aber wenn ich hier in meinem Nutten-Outfit rumlaufe. Dann, dann. Ah, er hat schon Nein geschrieben. Guck. Er hat schon Nein geschrieben. Oh. Was, Nein? Kennst du mich noch? Nein. Ich bin ready. Okay. Dann komm. Wind. Auch Wasser? Also ich hätte jetzt auch auf Wasser getippt. Oder Wind. Von mir aus. Oh, das ist zu sehr. Ah, ja. Oh. Okay, Wind. Oh, das sieht aber richtig gut nach dem Anime aus. Scheiße. Nicht schlecht. Doch, tatsächlich. Die Bewegung gibt es sogar auch im Anime. Ich weiß noch nicht mehr, ob es Wasser oder Wind. Das Wasser. Das Wasser. Das Wasser. Das Wasser. Wasser, ne? Also wenn es Ang sein soll, dann ist es Wasser. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Legende von Ang. Wenn ich das meine. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genau, das meinen wir. Dann ist es Wasser. Also man kann es halt tatsächlich echt Elemente Periodensystem, Elemente so, Elemente von Anime. Also es sind so viele Möglichkeiten. Ja. Eigentlich wollte ich... Das Wichtigste ist, dass man was erkennt mit Anime? Ja. Eigentlich wollte ich komplett in Grün gehen und dann wollte ich Uran sein, aber... Wobei... Wobei... Das ist ja... Kurze Anmerkung. Anwürdig... Also die... Äh... Aber der Herr der Elemente beziehungsweise die Renten von Ang würde ich jetzt nicht wirklich als Anime sehen, sondern eher mehr... Äh... Das ist auch kein Anime. Naja. Ja. Ja. Ich wollte das jetzt gerade mal kurz anmerken. Ist Gift auch ein Element? Okay, ich glaube ich bin bereit. Magst mir die Glada immer so hoch hüpfen. Ich bin bereit. Okay, okay. Dann kannst du. Du bist... Du bist... Wind. Bäume. Was hast du für eine Zeitzeit wert? Das ist aber auch... Hi! Könnt ihr aufhören, das mal so schwierig zu machen, bitte? Ich würde sagen, das ist Wind wegen der Garo da. Sehr schön. wobei bäume von paul auch gut gewesen ist kann ich gerade pflanzen element von anderen leuten aus also ich denke wir sind zu oft in juli da muss man sich entscheiden ob man effekte oder leute sehen ich glaube ich weiß die antwort jetzt schon also ich hätte das element element gut rüber bringt dann hat sie gewonnen also erde dann ja ist er dann ja auch man ihr seid voll ich habe einen griff herrn und will spieß im inventar den kommen wir hier hinstellen nein ich habe den für den grill spieß vor sparen können wir uns da abkühlen und dann in der zeit ist der spieß fällig perfekt also im bett essen ist ja nicht so mein ding aber im pool essen trinken hast du dann immer um dich rum genau und selbst wenn du kotzt ist es gleich verdünnt die vorstellung die möchte ich ja überhaupt nicht haben ich glaube ich möchte keine haben ich glaube paul hat es vorhin gegoogelt okidoki wenn du ready bist nein bin ich noch nicht achso ich habe gedacht dass okidoki das wäre keine eile ich muss noch meine rolle auch gibt mir noch fünf und scheiße jetzt habe ich vergessen was habe ich denn du bist ich habe die falsche klasse war um sie und jetzt habe ich schon wieder die nutte an oh man das habe ich was geht hier eigentlich ab immer mit der ruhe einmal kurz beruhigen und einmal mit profis wir arbeiten so habe ich jetzt ok jetzt muss ich nur noch hier rauf tippen und oh wieder nutte jedes zweite set ist einfach nutte ja das erinnert mich jetzt an ralf willkamps nutte 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 hat er doch gesagt oder ok ich habe halt so viele notenkostüme für die laders gefunden deswegen achso alles klar moment so da ist das immer ok ich bin bereit wasser kartoffel feuchte kartoffel kartoffel ist ziemlich wasserhaltig und hat viel stärke aber interessant dass wir also das ist wasser oder ja ich denke auch vielleicht ist es auch den wind weil da sind federn und da sind weder ja gut blau aber es kann beides sein der muss dich für dich entscheiden ja es ist hat mit wind und mit wasser zu tun sagt auch du bist das element wind und wasser ja habe ich doch gesagt jetzt mann ihr irritiert mich ok alle nochmal auf die bühne ja bitte es hat niemand feuer gemacht ne es tut mich sowieso das ist es gibt ein outfit für mönch samurai stufe 70 das wäre perfekt gewesen ne es hat niemand mönch samurai diese teile die leute die hier teilnehmen haben glaube ich alle keinen mönch ich hätte es halt mit maschi gemacht und hätte Flammenwerfer gemacht aber ich war zu faulen feuerding zu finden weil ich das zu billig fand kann man kann man hier für mehrere leute stimmen keine ahnung keine ahnung also hier bin ich auch echt ich auch also keine ahnung obwohl doch 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 ja schöne striche ich will eigentlich wissen wie groß mein ordner mit den screenshots ist nachher 500 bilder plus und hier habt ihr jetzt alle? ja nein also dann zum abstimmen ist der otter draußen? das ist schwierig ist der otter draußen? otter ist schiebung er gibt er zählt nicht mehr achso er ist schnell raus geholt aber ja ja komm alle soweit? ja mhm dann 3 2 1 los also ja wenn wir grad Hideo kann ja auch mit abstimmen jo eigentlich könnt ihr doch einfach den namen äh in gönnstedt also bis jetzt haben wir dreimal Sinn dreimal Mio und zweimal Mio und einmal alles nochmal 3 ja jetzt wird's schön 3 3 3 super du gemacht die Deko wunderbar dann wohl jetzt doch mit'n zweit 3 3 dreimal 3 schlechend noch ein outfit ich würde das einfach so leisten ich denke wir kriegen das schon hin mit den gewinnen am ende jo so so kommen wir zur letzten kategorie geschlechter tausch oh boy jetzt geht's los trackball z ja ja power ranges meine ich die musik gefällt mir nein fast auch schon ich würde sagen ich würde sagen alle frauen machen und am ende dann der Mann ok das erste genderband thema jetzt ja 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 hi das eben war element elemente thema elemente ich weiß nicht wie ich das nochmal entschiege ja ja sim du weißt das nicht ja ja die um um mich nicht ich habe ein schweres Leben jaja genau haha hm 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 hau 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 ja 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 das ist echt die interessanteste kategorie ich bin soweit du kannst sehr gut sehr gut ich muss dir ein kritikpunkt geben ja warum männer haben nicht solche fingernägel also paul hatte vorhin die fingernägel gehabt also ich weiß nicht ja da war ich ja aber auch ein popstar das ist ja das sind keine männer der sich die fingernägel macht was da begegnet mit einer axt ja natürlich das unterstreicht meine männlichkeit popstar sind keine männer mit der axt aber ich brauche eine andere sitzpose das sieht echt wohl aus ok ja so sieht es gut Was? Sehr schön. Okay. Aber wer ist das? Ist das Paul? Nein, das ist Hildi Brand! Hab ich's doch gewusst. Warte mal, ich stehe mal kurz vor. Ich stehe mal kurz vor. Ich stehe mal kurz vor. Da hab ich besseren Umgang mit den Emotes. So, wer will als nächstes? Hm, ich würde doch drauf machen, ich muss gerade drauf essen. Dann mach ich. Das nennt mich irgendwie an... äh... Kinder... wie heißt das? Das mit der Gundi Sambuda Kinderhitparade oder sowas? Mit der Zaubertür? Boah, ey, das ist ja ewig. Das ist ja aus den 90ern. Ja, das ist schon, äh... Ne Weile her. Ja, da fühlt man sich direkt schon alt. Gott, ey, wir danken nix. Aber da fehlt noch der Moderator mit dem holländischen Akzent. Moderatorin. Ja. Genderband. Genau. Gundi Sambu, hab ich doch gesagt. War das die Gundi Sambu doch? Jetzt hört's mal ein bisschen auf. Das einzigste, was ich mit holländischer Moderatorin kenne, ist Mini-Playback-Show. Ja, genau, die mein' ich doch. Mini-Playback-Show, danke. Ja, dann ist es... dann ist es einfach nicht... dann ist es nicht so wie Mareike Amado. Genau, Mareike Amado. Gute alte Mareike. Ja, Gundis passt auch. Die war auch blond. Eben, close enough. Alles über einen Kampschern. Nix erinnert mich grad eh an die... Falt ja bereit? Jawohl. Jawohl. Ja. Oh, das ist gut. Jana Jones. Das ist echt gut. Schön flexi, ja. Toll. Sehr toll. Sehr schön. Ich finde es schön, wie das hässliche, gelehrten Outfit doch noch einen Sinn gefunden hat. Na gut, dass wir Kerle sind, sonst würde ich sagen, du hast meine Hose an. Aber bei Männern sehen ja ungefähr 90% der Jeans alle gleich aus. Stimmt. Boah. Hat sie nicht gesagt. Aber ja, hast du recht. So. Wer geht als nächstes? Ich bin schon drin. Oh shit. Mein Gott, wir werden das Thema echt nicht los. Ich brauch ein Soundboard. Hello Darkness, my old friend. Das muss... Das hätte jetzt deutlich schon dreimal. Oh man. Vielleicht sollte ich mal kurz die Schminke abmachen. Dann kommt nicht so fällig drüber. Na ja. Ich meine, könnte ja jemand von YMCA sein oder so. Und wie heißen die Typen? Ja ja, YMCA. Die heißt YMCA. Village People. Village People, genau. Also das Lied hieß YMCA, stimmt. Young Man. Da 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 da. Okay. Wie was? Ein Indianer, ein Polizist, ein Bauarbeiter und irgendwas anderes noch. Das siehst du, wir haben ihn schon fast. Ja, mehr hast. Oh nein. Warum musstest du das sagen? Jetzt kommt der Polizist. Echt? Da siehst du, Naturtalent. Ich hab's noch nicht mal gesehen. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber... Ich glaub, das Team braucht noch mal ein paar Minuten. Du musst ein anderes Outfit auswählen. Zum Weilen, Array müsste mir, glaub ich, sogar noch irgendwas zum, äh... Mittermeier einfallen. Mittermeier? Nein. Michael Mittermeier. Der Komike. Ja schon klar, aber... What? Aber ich find's jetzt grad nicht mehr... I don't understand. Was... 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 Ein Spruch von ihm? Rosen sind rot, gelb ist die Biene, ich kann nicht dichten, Waschmaschine. Genau. Perfekt. Das war so ro-ro-ro-ro-romantisch. Oh nein, ich hab meine Immo... Ah, da sind sie. Oh Gott. Ganz mit der Ruhe. Okay, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Let's rock. Ja, da ist der Polizist von den Village People. Yay! Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Das flext! Ja! Super! Ah, nee, nee. I shot the Sheriff. Das ist doch die Lolizei. Aber jetzt ohne Scheiß, du erkennst beim Lala-Film nicht, ob ich jetzt weife ich oder weg... Nee, keine Chance. Das geht nicht. Aber dann würde ich doch sagen, habe ich es perfekt umgesetzt. Ja, ja. Miu, hast du ein Outfit dafür? Nein. Oh, dann bin ich ja jetzt dran, ne. Okay. Ja, ja. Let's go. Ich könnte wissen, was es ist. Oder Paul überrascht mich. Verdammt. So wie mit dem Hasenkostüm. Das hat niemand erwartet. Ja, das stimmt. Das war MVP. Wo ich sagen muss, dass mit den Zuhältern mit den Plüschschüchen, dass er auch gut ist. Also ich fand die Schuhe lieber nicht best. Aber du hast eigentlich sau viele Kleider, die du als Kerl tragen kannst, ne? Echt? Die ganzen neuen Kimonos. Ja. Ja. Es gibt auch einen Rock und es gibt richtig auch von diesen Strafsten und so. Aber hat mich echt gewundert, dass keiner den Anzug genommen hat. Den Frauen. So einen auf James Bond oder so machen. Bei der gelehrten Jacke sieht man die Brüste nicht, deswegen habe ich die genommen. Hört zu und genießt. Was ich gucke mich gerade zur Böse an, deshalb bin ich vorsichtig, was ich sage. Schielt so zur Seite und sie gucke mich immer noch an. Fass auf, was du sagst. Ich dachte echt nur, es gibt mir dieses eine Outfit da, für, für, also was wir ihn ranziehen können. Mhm. Krass. Aber Applaus wird uns bestimmt positiv überraschen. Das, das bloat jetzt eben, also, wait. Also ich hoffe aber, dass das Bikini mal kommt. Kleinen Moment, ich muss noch ein bisschen was checken. Technische Probleme. Im Spiegel schaust du, wie das so aussieht. Ja, die Schuhe. Ob alles da selber los sitzen soll und nichts raus hängt? Die Schuhe passen nicht, aber ist jetzt nicht so schlimm. Komm. Okay, geht los. Aha. Sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott. Zur Hälfte habe ich's erraten. Das sieht super aus. Moment. Holy moly. Hey. Hey, Adler, geh mir aus meinem Gesicht. Ne, Falk ist es. Ich will den Anblick genießen. Ja, echt mal. Sehr schön. Sieht man nicht alle Tage. Danke, Lies. Bitte. Sehr schön. Ich fand, das war bis jetzt die beste Kategorie. Also die aus dem Genderband ist schon... Deswegen ist es schade, dass nicht mehr Männer mitgemacht haben. Ich hätte es mir bei Chris Brogert ihn auch echt gut vorstellen können. Oh Gott. Kima hätte mitmachen müssen. Der hat sich bestimmt... Ja, der geht einfach an die Dante und dann ist gut. So, jetzt nochmal alle. Ne, er kann sich dann ja eine Beifuhr anziehen. Was meinst du? Der hat da richtig Ressourcen reingepackt. Eigentlich hätten wir mehr mitgemacht. Wollten wir hier in der Kategorie dann Phantasia verschenken und dann sagen Ja, du machst das so gut, jetzt kannst du... Warte, aber... Aber nur beim Mainen dann. Ja, eine Frau muss dann so ein Mann werden. Was? Ripp. Aber dann kann ich ja gar keine niedlichen Kleidchen mehr anziehen. Genau. Ja, aber du kannst dann sowas wie ich anziehen. Hm. Das natürlich. Das natürlich. Vielleicht soll ich Paula in die Mitte stellen. Die Frau in die Mitte. Ja, die einzige Frau. Ah, ich werde im Leben sein, würde ich durchgehen gerade. Ja, locker. Oh Gott. Oh Gott. Dann kannst du den zu den... Wie heißen sie? Die zu den Rawer Katzen da hingehen. Yo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich muss dich nur entscheiden. Scheiße, äh... 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 Ja. Dofer. Wem gehört der Schwabbelpug, der gewohnt? Wo ist er jetzt? Na. Ja. 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 Oh, wie erschwierig. Hm. Bitte beeilt euch, ich will das ausziehen. Ja. 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 Da wird der Le... Die Musterung des Unterteils ist sehr gut. Ja, beim Pink sieht der Leoanzug kacke aus. Der färbt sich nicht gut. Ja, das ist allerdings. Ja, gut. Ich glaub, ich hab meine Stimme. Ah, ich find's krass, dass man das männliche Gesicht so weiblich machen kann. Mit bisschen Schminkung und einer hessischen Frisur. Echt? Also... Feindlich, ist das die Frisur, die Nix normalerweise trägt? Und du sagst so, was hessische Frisur? Oh, äh... Nix. Für Männer. Ja. Riep. Nix, kennst du eigentlich Lil noch? Diese kleine Lala-Baudin? Lille? Ja. Die ist früher mit der Frisur, die du anhast, permanent rumgerannt. Oh! Ihr seid alle damit rumgerannt. Ich nicht. Ich war nicht in dem Club drin. Ich hab gesagt, ich nehm die nicht. Ja, trotzdem. Ist richtig hässlich. Ein-auf-Biker-Gänge gemacht, dann kommen sie da a la... Ja, die wollten... Tunnelsnakes. Ja. Ich fand die Frisur passt da einfach super. Irgendwie so Jeans und Lederjacke so a la James Dean. Was ich dann interessant finde... Ich hätte gerne noch ne Zigarette gehabt, aber so n Emote gibt es nicht. Google mal Fallout Bunnelsnakes. Das wär auch gut zum Zuhälter gekommen, so ne schöne Zuhälter. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Dann jemand Countdown. 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! 4 und 4, oder? Kann ich nicht zählen? Ne, ich sind 4. Ja, ihr müsst mich rausnehmen für Preise. Ja. Wir zählen dich trotzdem erstmal mit. Ok. Ja, dann haben wir 4, 4, 1, 1. Schade, dass es nicht so einen menglichen Gang gibt. Das sieht anders aus. Ich seh nur 3x Finn. Wo siehst du 4? Ja, 3x Finn und 1x Finn rein. Ja. Ganz nahm. Du musst bis zum Strich hoch, wo ich wieder die Striche gemacht hab. Da ist 4x Nix. Da steht doch was. 4x ich, 1x Liz und 1x Sim. Aua. Die alle zum Kosmetiker erst mal rennen. Ja, das ist jetzt ganz schrecklich halt. Bitte ändere mich. Gar nicht. Nix hat erst mal disconnect. Weiß ich was jetzt, wenn wir so rumlaufen. Das kann ich mir ein kleines Vieh wiederholen. Schon die ganze Zeit im Bild. Meine ist schön lieb. Diese steht da die ganze Zeit mit ihrem Kopf in der Couch drin. Ja, die sieht voll Jandere aus. Als würde die sich der im Sitz immer so angucken, so. Die guckt sich die Couch von innen an. Ja. Inspektion. Jetzt auch ja das Müll im Schlück gut verarbeitet. Natürlich. Ja, das ist ein sehr schöner Stoff. Das ist ultisches, äh, Kunstleder. Ja, Phil, äh Paul ist wieder normal. Juruca. Juri, ich steh grad hinter dir und als ob die sich abstrechen würde. Stimmt. Ich bleib jetzt so. Das ist jetzt mein neues Wade-Outfit. Geil. Zum Glück bin ich nicht in deiner Wade-Gruppe. So, so, dann, dann. Ich wate ja nicht mehr. Das hat dann meine zukünftige Wade-Gruppe am Hals. Oh. Dann machen wir alle... Mia, ihr wate doch. Mia, ihr wate doch. Mia, ihr wate doch nicht mehr. Tchuu. Danke, gesundheit. So, dann machen wir alle das Winky-Mode bereit. Und, und, äh... Das was? Dann, äh, winken. Achso. Winky, winky. Dann zähl mal mit einer runter. Und dann sagt mir immer, wenn alle ready sind. Dann zählen wir mit einer runter. Für ein Gruppenfoto. Weil ihr alle so schön sitzt. Achso. Oh Gott. Winky-Mode. Alles und ihr gucken am besten, oder? Zu wem? Äh, nö. Können auch einfach geradeaus gucken. Besser. Ich mach's so, als würde ich auf der Bühne stehen jetzt. Mit der Kamera. Winky-Face? Ich müsste ja auch drauf sein. Aber da kannst du noch ne Mimik machen, ne? Oh nein. Winky-Face. Ängstlich. Warte, mach mal das Ding aus dem Chat raus. Ich glaub, Slash-Wink müsste auch gehen. Da bin ich ganz sicher. Steht auch mit bei, wenn du über das Winky-Mode hältst. Äh, also Zwinkern ist Schrägstrich Zwinker rechts. Nein, nein, nein. Nicht das, ich mein Winken. Wink-Wink-Wink-Wink. Was, Winken sollen wir? Oh, äh. Jaja. Und dann müsste nur noch einer runterzählen, das ist alle gleichzeitig. Was macht's ihm wieder? Warte. Wie machst du das jetzt? Slash-Wave. Nein. Warte. Da ist ein Schwabelpuck auf meinem Schoß. Komm her. Hehehe. Bei mehr Nation. Bei mir auch nicht. Echt? Du musst ihn einfach nur streicheln. Ja, bin dabei. Oh. Jetzt haut er ab. Ja. Hat ihm nicht gefallen. Nee. So, sind alle bereit mit dem Winken? Oder hat Paul, muss Paul nochmal rausfinden, wie man winkt, oder? Hehehe. Ich hab das anders gemacht. Ich hab mal bei Voice Chat links in mein Bild gepostet. Hä? Ich hab's einfach mit G-Post gemacht, weil da winken alle gleichzeitig. Achso. Da musst du halt nur einmal. Übrigens, Sim hat nicht gewunken, deswegen winken sie bei mir auf dem Bild nicht. Ja, weil ich vielleicht gewartet hab, persönlich. Ich hab auch gerade irgendwie... Ich guck grad irgendwie... Nee, wir gucken alle grad irgendwie zu. Aber gut, wir können auch alle gleichzeitig winken. Aber wir gucken grad alle irgendwie zur Seite. Ja, wir gucken halt alle... Ja, das ist mein Startpunkt. Man müsste halt einen dann auf die Bühne stellen. Nee, nicht unbedingt. Du kannst... Nee, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst die... Du kannst die G-Pose, äh, angeben, ähm, Blickrichtung an der Kamera orientieren. Ach, stimmt. Ja, aber erzähl dieses Mal runter, bevor du ein Foto machst, oder so, damit wir alle gleichzeitig winken. Oder halt... Oder zumindest sagen, wann wir alle winken sollen, oder so, weil... Ja. Naja, wenn er das im G-Pose macht, dann müssen wir... Also, dann müssen wir ja nur alle einmal gewunken haben. Dann ist das ja... Egal, ob wir alle zusammen winken, oder nicht. Gut, dann drück ich jetzt einfach mal Winken. Dann kann Paulus jetzt reken. Perfekt, hat auch so gepasst. Ja, auch gut. Ihr habt's alle ziemlich zur gleichen Zeit gemacht. Gut. Ach, endlich kann ich wieder den Namen anmachen. Das sieht so... Sieht so wenig auf dem Bildschirm aus. Warum ist da eine... Warum ist da ein... ...Lalafel über den Grill? Was? FacePocato. Ist doch gut. Ich bin froh. Ich geh jetzt. Es gibt ja offizielle Rezepte für Lalafel. Irgendwie in FF. Offizielle. Oh mein Gott. So. Ich geb' mich jetzt ertränken. Oh ja. Nein! Was gibt's mir ertränken? Wieso gibt's mir ertränken? Wieso gibt's mir ertränken? Ich geb' mich jetzt ertränken. Es gibt ja hier den Selbstmordpool für die Lalafel. Naja. Ich geh jetzt in die Pfad zu tun. Oh, da hab ich meinen Pass. Okay. So. Preise sind dann in der Geheimkammer. Das ist schrecklich. Oh boy. Warum machst du das nicht auf der Bühne? Du kannst doch die Leute auf die Bühne rufen. Hey. Preis-Kategorie. Bla bla bla. Gewinner. Boom. Und dann. Okay. Ja. Wir müssen aber einmal kurz überlegen. Wer wird die Sachen verteilen? Ja. Ich bin ganz kurz weg. Komm gleich wieder. Okay. Ich kann auch gleich den Lesen haben. Du kannst ja vielleicht noch sagen. Also ich find das immer nice, wenn man sagt, was man kriegt. Aber. Können ja die Gewinner entscheiden. Ob sie es wissen, ob sie es bekannt geben wollen oder nicht. Achso. Ob sie es wissen wollen. Ne. Du kriegst es einfach hin zu wissen, dass du gewonnen hast. Ja. Also. Kurz weg. Jo. Nein. Ich möchte nicht wissen, was ich kriege. Überraschung. Ich hab das Haus bekommen. Ja. Ich hab das Haus bekommen. Ja. Boah. Das wär aber ein geile. Wobei. Ja. Hat sie immer noch die Elefanten im Keller? Hättest du fast schaffen können. Aha. Hätte ich übrigens nicht. Äh. Letztes Mal standen die auch bei einem Haus. Da standen schon zwei und haben gewartet, dass ein Haus zum Verkaufen da stand. Ja. In allen Regionen. Ja. 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 noch kein zweites. Aber ich wollte gerade sagen, im Prinzip reicht mir die Wohnung. Ich geh ja nicht mal in die Wohnung. Also werd ich auch nicht ins Haus gehen. Ich hab ein Haus. Ich hab ein Haus. Das kann sich damit machen. Keine Ahnung. Geld ausgeben. Für die Inneneinrichtung. Yay. Oh Gott. Wo war der Timer nochmal fürs Haus? Ja da. Äh. Und der Timer und dann Unterkunft. Ja. Ja neben dem Gildenhaus ist das glaube ich anders. Echt eher. Also bei der Gildenhaus ist es unter Timer Unterkunft. Beim normalen Haus wird es wahrscheinlich persönlich sein. Also ich seh da nichts. Naja jetzt ist ja auch, jetzt waren wir ja auch alle im Haus drin, deswegen ist der Timer ja wieder weg. Also. Na ja gut. Ich wollte da gucken, ob er verbraucht ist. Der Timer. Dum dum. Dum 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 dum. Aber der Vorteil beim Gildenhaus ist ja quasi, da kann der Timer, selbst wenn er bei einem verpackt ist, solange dann jemand anderes reingeht, müsste es dann trotzdem resetten. Warte mal, jetzt kann ich ja Gen ausmachen, ne? Könntest du. Muss natürlich nicht. Ehrlich. Ähm. Also ich würd einmal kurz sagen, die Leute die sozusagen Hauptpreise kriegen sind ja Nix, Mia und Miu. Ähm. Aber wir wissen halt nicht genau, welche Outfits und so ihr schon habt. Vielleicht könntet ihr einmal kurz sagen, was ihr so grob habt. Damit wir nicht vorher spoilern, was es alles gibt. Nicht alle Rüstungen aufzählen. Nein, aber so. Ähm. Also, X hat ja zum Beispiel das Herbstkleid an. Halt diese Outfit. Mia und eine Katze. What the fuck? Ich glaub das ist Mias Katze. Bleib am Leben Katze. Ja, Mia und eine Katze. Ich glaub das ist Mias Katze. Bleib am Leben Katze. Das ist eine Aussage, mit der wir arbeiten können. Sehr gut. Genau. Das ist schonmal was Gutes. Das Aodai habe ich. Ähm. Das Herbstkleid hast du offensichtlich auch. Genau. Ähm. Mia, du hast auch das Aodai und Herbstkleid, das weiß ich glaube ich, weil wir Schatzkarten gemacht haben. Äh, Herbstkleid weiß ich gar nicht. Das ist das, was ich anhabe. Das Schwarze. Ja, die eben, das wäre meine Katze, aber nein. Nein. Äh, meine Katze hat glaub Hunger. Oh Gott. Ähm. Sie ist sehr gefurscht. Okay, wenn ich jetzt euch frage, ob ihr 2.0 Glamour Sachen habt, dann scheiterts bei euch, glaub ich wegen Spielzeit. Aber ich denke mal zum Beispiel nix, du wirst gar nichts haben von den alten Glamour Outfits, die es früher gab, oder? Oh. Also sowas, dieser, äh, ich geb dir mal ein paar Beispiele an Outfits, ne. Die es früher gab. Also noch älter als Taffen. Genau. Alles, alles was ganz alt ist. Ich geb dir mal ne Auswahl im Gilden Chat, was alt ist. Katze helft mir. Hahaha. Zum Beispiel. Sowas ist alt. Und... Ah, der Strohkorb. Ach Gott, das sieht ja aus, ey. Das hab ich nicht und das will ich irgendwann. Nein, ich sag nur, das ist das ein Beispiel. Das, das, das meine ich jetzt mit Sachen, die alt sind, die es früher gab. Das ist meine Ansage. Ich glaub, da hab ich wirklich nix. Also das will ich acht nicht unbedingt haben. Direkt. Äh, die Sache ist... Das ist nur ein Beispiel. Ja, das ist nur ein Beispiel. Die Sache ist... So blöd es klingt, die sind mehrere Millionen wert. Ja, aber du kannst doch... Echt jetzt? Du kannst doch hier die Leute absteuern. Ähm, ich muss mir grad was essen gehen. Bis später. Bis später. Bis später. Ich find grad keine anderen Beispiele. Aber da gibt's halt so die Outfits, meine ich. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ich glaub nicht, dass ich da was habe. Also ich spiel das Spiel ja auch wirklich exzessiv erst, äh, exzessiv. Oh, und wie sieht das bei Mia aus? Hast du von den alten Sachen was? Du bist ja ein bisschen länger schon im Spiel. Hm. Da sind auch so diese Seemannssachen dabei. Hier, hier, warte mal, das hier. Das ist auch ganz alt. Du hast mich so aufregt, dass man es so blöd färben kann, oder? Äh, ich glaub das Seemannshemd per se nicht. Aber das Kleid hier zum Beispiel, das hast du doch nicht, oder? Nö, das ist doch hier wohl nicht. Und das Audei Kleid, das hast du auch nicht, oder? Doch. Audei. Was? Oh mein Gott, die Pose ist ja echt kacke hier für das Kleid. Schnell wechseln. Ja, ist halt schwierig. Man entweder schreibst du den Leuten an, oder fragst du hier, ob ihr das, das und das habt. Dann macht ihr das untereinander aus, oder? Ey, du. Oh, Entschuldigung, Merry. Scheiße. Scheiße. Jetzt geht's los. Hat niemand gesehen? Sehr schön. Sehr schön. Super. Wir haben alle das Alphabet gelernt. Das ist ja der klassische Paul. Wollt Luft nebenbei noch vollen. Hat niemand gesehen? Pfff. Chat explodiert. Ist natürlich gut für die Leute, die sind, ja manche Leute, die ja ihren Chat super groß ziehen, die würden es wahrscheinlich immer noch sehen. Ja. Noch besser. Ich hab meinen nicht so groß. Äh, Adelskleid. Das Tafnirkleid. Ah ja stimmt, das Adelskleid. Den Adelskleid. Die Kleider, die man hat. Das Frühlingskleid auch, das hab ich. Nichts. Ich mein, was man jetzt zur Not machen kann, ich mein, du kannst ja die Sachen bekannt geben und ansonsten, wenn alle das Zeug nicht haben, dann kann man sie auswürfeln. Ja, ich glaub, wir haben's. Ich glaub, wir haben's sogar gleich. Wir wollen halt hauptsächlich die Hauptpreise fair verteilen. Ja. Ja genau, dann kannst du sie auswürfeln. Und den Rest. Also halt. Ja, wir müssen halt bei den Kleidern halt gucken, wer was schon hat, weil man das nicht nachgucken kann. Bei den Pets kann man ja nachgucken. Ja genau. Aber wenn die Leute... Wenn die Leute mal gute Nachnamen hätten. Entschuldigung, Phil. Nee, nee, du kannst ja die Leute fragen. Und dann, wenn alle sagen, ja hab ich schon oder hab ich noch nicht, oder wenn alle nichts haben, dann kannst du's einfach auswürfeln. Naja, es gibt ja die Möglichkeit, äh, 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 im Ding, äh, im Inventar suchen zu machen. Wir haben ja jetzt das Ding umgeendet. Ja schon, aber das kannst du nicht bei Fremden machen. Wir sind doch Verkunde. Er möchte ja gucken, ob nix zum Beispiel das Kleid schon hat oder nicht. Ja, äh, da kannst du ja einmal... Ja, dann weiß sie aber den Preis schon. Deswegen haben wir gefragt, was die Leute schon haben. Und zum Beispiel Bio hat ja sehr hilfreich gesagt, sie hat nur das AO die. Drei. Also man hat ja alles andere nicht. Das ist natürlich immer am einfachsten, wenn man weiß, man hat so gar nichts davon. Aber ich glaube, wir sind auch so für, dass wir dem anderen das dann gönnen. Ja, eh. Ja, Moment kurz, ich muss zum Marktbrett. Äh, sag mir dann, was für Preise das sind. Dann zeig ich dir, was ich hab und was nicht. Ah, ist kalt. Ja, ich denke auch, also... Außer nix, denke ich jetzt niemand, der da aufs Geld achtet. Genau. Weil wir haben ja vorhin gesehen, ne, Gold und so. Gold. Gold Schmied. Ja, vor allen Dingen, ich muss noch deine Tantiemen auszahlen. Du bist nicht billig. Ja. Wir hatten sie ja vorhin überedeln unten. Genau. Sim, wie geht's dir da hinten eigentlich so im Wasser? Bist du schon ertrunken? Ich glaube, sie ist schon ganz aufgeweicht. Sie ist afgar. Bessen. Sim ist afgar, ja. Ach, sim. Ja, gut. Hat Sim einen Hauptpreis? Ne, ne? Also ohne jetzt böse, ne? Ich meine, jetzt nicht böse. Aber sie kriegt auch Preise, die zweite Kategorie sind. Also noch über den Trostpreisen, aber halt keine Hauptpreise. Also nicht die Niete. Ja, ja. Da lacht man nicht. Ja, das ist ein ernstes Thema. Okay. Wollen wir noch warten, bis Sim wieder da ist? Ich dachte, die Frage, wie lange das dauert. Oh. Oder fragen wir anders. Hat jemand Stress? Muss jemand bald weg? Oder gleich weg? Weil sonst... Sonst könnten wir die Hauptpreise nämlich schon verteilen. Nö. Warum glitsche ich hier gerade rein? Warum stehe ich auf dem Bett und nicht auf der Bühne? Ist ja eine Scheiße. Bist du im Dingsmodus drin? Mir geht's schön. Ja, manchmal... Manchmal hat man irgendwie so das Ding, dass man halt... Äh... noch mal das Genderbender-Outfit anziehen mit der Pose. Hahahaha. Oh, krass. Oh, krass. Oh, je, je, je. Muss ja hier den weiblichen Leuten im Stream auch was bieten. Oder den... Jetzt muss man auch noch die Musik... Jetzt muss man auch noch die Musik dazu anmachen. So, bitteschön. Uhu. Aber die Haare ändere ich jetzt nicht nochmal. Ne, warte, musst du noch die andere Pose machen. Ja, der macht die kleine. Jetzt. Was jetzt? Das ist diese... Schlafpuppe oder was das? Und jetzt sitzt du daneben und er so... Na süßer. Und du so, what? Aber da kommt direkt nix auf. Mit so einer richtig schönen tiefen Stimme so. Ah nee, das war das hier. Das war das hier. Aua. Müsst ein bisschen näher ran. Nix für den Po. Okay. Sehr gut. Ja. Findest du das gut? Ja, mach weiter, bitte. Härter. Äh, Nix, zieh doch mal das Outfit von vorhin an. Das NUTEN-Outfit. Ja, bitte. Ja. Und dann passt's. Dann, oh Gott. Domina. Sonst sind wir wieder beim Thema. Was war denn der NUTEN-NUTEN-NUTEN-Gespeichert? Hast du also die NUTEN-NUTEN-Gespeichert? Oh, nein... Ja, close enough. Close enough. Warum gibt's tot Lachen nicht an das Lachen vom Magali an? Bibi. 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 Ja, wie... Nein, das ist nicht. weniger Kleidung? Ja, wir kommen der Sache näher. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, ja, ja. Okay, dann nehmen wir das. Das sieht ein bisschen aus wie ein Zuhälter. Ich glaube, ich habe mein Zuhälter über... 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 Zuhälter mit der gelben Hose. Oh Gott. Sehr schön. Ja, du triffst den Winkel noch. Ja, das sieht gut aus. Schön. Achso, Lise ist wieder da. Ähm, ähm. Oh, Entschuldigung, ich stehe auf deinen Schwanz. Ja, das muss sein. Ähm. Achso, Mio, wo hast du eigentlich, äh, hier Dings gelassen? Äh, äh, hier Walli, oder wie? Wie hieß sie nochmal? Sie hat momentan keine Spielzeit und keine Zeit. Ah. Aber sie kommen wieder, ne? Ja, ja, irgendwann. Äh, wie heißt sie mit Nachnamen? Brandy, ne? Irgendwie so. Ja, was? Sim. Ne, nicht Sim. Mit... mit Nachnamen. Ne, ne, ich meinte jetzt eher... Achso, ja, Sim heißt Brandy zum Nachnamen, ja. Brandy. Sitzt die hier nur rum? Ja, im Pool. Brandy ist da hinten im Pool. Ach, da hinten im Pool. Sie denkt sich da hinten drauf. Sie denkt sich da hinten drauf. Ah, ne, sie ist nicht unter Wasser. Na doch, ich glaube, sie ist unter Wasser. Echt? So sehr, um ihren Kopf noch aus dem Wasser raus. Gucken. Oh. Ah, sie hat sich ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Ja, wir können die Preise verteilen. Ich mein, wie gesagt, das Team ist ja... Scheiße. ...afk? Jetzt hab ich ne Yogyri auf dem Schoß, das tut ja auch nicht schlecht. Ja, Paul hat die Preise. Paul fummelt grad noch rum. So sieht das aus. So sieht das aus. So sieht das aus. Nicht hier, ich muss nur Leute aufschreiben. Ja, ich hab versucht, ob ich einen Preis kriege, aber... Das hat nicht geklappt. Na übrigens, ich hätte noch... Ja, wenn wir noch dabei sind, ich hätte noch ne... Äh, Lakshmi und ne... Äh, Shiva-Puppe, wenn jemand möchte. Du kannst ja gucken, wer... ...am Ende... ...sich... ...n bisschen... ...leer ausgegangen... Also grad aus dem Discord rausgehen musst du nicht. Wow, okay, tschuldigung. Haha, direkt beleidigt. Was, so was bietest du mir an, das ist nix mehr wert? Fuck, raus. Und was meinst du, Liz? Äh... Du kannst ja warten, bis wir alles erteilt haben... ...und dann gucken wir, wer vielleicht ein bisschen wenig abbekommen hat oder so. Ja. Ja. Guck mal. Übrigens, Paul, erkennst du die Strumpfhose wieder? Ja. Oh, geil. Was? Hä? Ist die benutzt? Ja. Ach so, ja. Aber das geht bei Frauen auch, du kannst sie auch in Hautfärber farben. Also sie zwar kacke... Aber du kannst auch nackt sein. Das hast du mir geschenkt. Ich hab sie immer noch. Aaaah, deswegen war meine alte weg. Ich hab die gesucht. Ich musste ne neue Craft... Ne... Alter, ausgefragene Sachen, nein! Geil. Yeah. Waaaah. Nur das Beste. Ganz schnell weg damit! Hahaha. Zu spät, du hattest dich glern. Uuhuhuhuhuhuhuhu. Deshalb fand er es ja auch so geil, dass du das gemacht hast. Weil er ihn mit seiner getragenden Hose getreten hat. Das ergibt alles Sinn jetzt. Ich fühl mich auf einmal nicht mehr so geudig. Miu muss sich abkühlen. Haben wir das Lied jetzt eigentlich auf der Dauerschleife? Ja, das liegt aber jetzt auf der Dauerschleife, ja, nix hat DC, also wenn Sinn wieder da ist, können wir dann die Hauptpreise verteilen. Achso, wir warten. Ja, ja, wir warten einfach, oder? Dann... Jojo. Ich hoffe, ja, die schafft das schnell. Dann bauen wir noch ein bisschen Spannung auf, was hier Cooles gewinnt. Also, es ist wirklich cool. Ich meine, ich persönlich habe davon eigentlich glaube ich... Ah ne, eins habe ich sogar selber nicht, das könnte ich selber benutzen. Direkt anziehen. Und das andere geht halt für mich nicht, weil ich ja der einzige Carrier bin. von Charakterklasse her. Also, ja, Charakter, Rasse, Geschlecht. Ah ne, eins könnte ich anziehen, aber das besitze ich schon. Hm. Aber ich glaube, bei mir wäre es schwer, so wie bei Chris, wenn wir... Ähm... Nix schreibt mir grad, dass ihr Strom komplett weg ist. Hat ein Strom nicht bezahlt? Also, sie glaubt, dass heute nichts mehr wird mit Online kommen. Also, schlicht. Also, schlicht. So schnell schon? Okay. Wer am meisten zahlt, kriegt nix ihre Preise. Das Geburt. Ich eröffne ab 2,5 Millionen. Verdammt. Ich hab 800.000 Zetas. Ja. Davon kriegst du dann... Da kriegst du ein Teil. Äh... Ja, immerhin, ne? So. War das ganze Geld weg? Ja, dann... Sagen wir dann einfach, wenn sie soweit ist, was nix bekommen hätte. Das kann ja Mia ihr dann so irgendwie schreiben. Mhm. Auch wenn nix damit wahrscheinlich nix anfangen kann. Also, sie weiß bestimmt nicht, was das ist. Nix schreibt, sie hatte heute morgen schon mal kurz Strom. Stromausfall. Ja, ja. Man müsste es auch bezahlen. Ja. Die ganze Straße hätte keinen Strom. Ach, die ganze Straße zahlt. Nee, was das denn, ey. Schweine. 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 Wir können ja so lange uns alle in den Pool setzen. Poolparty! Oh, scheiße. Hey, Yotsuyu's auf nicht ab! Warte! Hallo, hallo. Hey, Meri! Lange altes Haus. Lange nicht gehört. Wie lebt sich so in, äh... Südafrika? Ja. Ich musste... Monsterial. Ah. Ich bin unter Wasser. Gluck, gluck. Ich bin auch unter Wasser. Hinten in der Ecke geht's. Da muss noch ne Stufe runterkommen. Ja, aber da sind sicher auf dir drauf und dann sind wir wieder über Perversität. Nee, nee, hier ist noch genug Platz. Ich kann doch noch ein Stück rücken. Ja, ich möchte den Platz für Siem frei halten. Aber ist echt ein Selbstmörderpool. Ach, Yotsuyu, geh weg. Äh, ich muss mal grad... Ahne, die war ja schon wieder aus dem Baust. Äh... Kann ich nicht hier an die Ecke und dann, dann so ins Wasser, die Beine, das geht auch bestimmt, ne? Ja... Ja, doch nicht. Schade. Kann mal eine, die, die Sonnengrille des Events mal eine Chat posten? Was sind die Chat posten? Die, die Sonnengrille vom Event. Äh... Oh Gott. Danke. Erster! Mutant für was? War mir klar. Na, ich muss noch dran denken, dass ich mir die noch abhole. Ja, heute läuft ja das neue Event auch schon. Das ist buggy derzeit. Echt? Ja. Was ist denn das Event? Äh, so ein... Rising... Wiedergeburt. Da kriegst du... Das Event, wo sich... Ja. Das Event, worüber sich alle aufregen derzeit. Ah, gut. Weil's 1.0 Ohrringe gibt, die man nur beim... die man nur als Vader bekommen hätte früher. Ja. Das sind, also die Ohrringe von damals, das waren die besten Ohrringe im Spiel, die hast du nur bekommen, wenn du Niel besiegt hast. Bei 1.0 im... Extremmode und das haben ganz, 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 ganz wenige nur geschafft. Okay. Und die durften die halt behalten, ne? Weil's die auf 2.0 gekommen sind. Und mich interessiert das Event halt wegen der... wegen der Aura-Puppe da. Äh, wie heißt... Also die Puppe kriegst du. Also die Quest geht, nur der Rest geht nicht. Easy. Derzeit. Die Ohrringe. Puppe und Notenrolle geht, nur die Ohrringe nicht. Wo stand das Event? In Ulda. In Ulda. Ja. Na verdammt. wir haben hier einen Schwabelpuck im Pool, einen Fuchs, also ich weiß nicht. Ich habe dran gedacht und habe mir die ganzen bei allen anderen geholt und hier habe ich total vergessen. Was ist das Event schon vorbei? Ja, das ist heute geendet mit dem anderen. Das ist ziemlich bitter, weil das Outfit ist ziemlich nice, auch das man da kriegt. Also das Oberteil zumindest, wie man das Unterteil hat. Die Sonnenbrille, die kann man ja auch quasi... Das ist sogar mal ein Outfit gewesen, was Männer tragen können. Also ich finde dein jetziges, also das ist von ihm gerade noch viel besser. Das stimmt sicherlich nicht, das von dem Ende. Das habe ich doch extra. So eine Schwarz-Färbung. Kann in deiner aktuellen Haltung nicht gemacht werden. Fuck you. Wir sind dann vielleicht noch dazu ein bisschen das Unterteil. Das hier. Yeah. Ja, das gibt äh... Ah, das. Ja, das passt schon. Ja, und sonst, äh, die letzten Kinder? Ähm... Schön nicht, dass es eine Krabbe im Pool ist. Okay. Ja, die Tentakel, die ist viel interessanter. Oh, stups die mal an, dann spritzt die Wasser. Ist das die Tentakel? Ne, die schießt, die schießt doch was, oder? Ja, die holt eine Wasserpistole raus und spritzt dich voll. Ja, ist wieder klar, dass mir die der perverseste ist. Ah, super. Sind Geld aber irgendwie immer weg, wenn's Preise gibt. Ne, die will nix gewinnen. Na, vielleicht ja. Ach, da unten ist sie. Wasser. Was könnte noch perverser als die Tentakel sein? Nichts. Ne, eigentlich nicht. Ja, der Gedankenschinder ist schon auch so ein bisschen pervers mit seinen... Äh, Kefka, der ist natürlich auch... Oh boy. Ah, der Prinz Animus. Oh, der fliegt ja. Toll, Katze, musst du in mir inspaunen? Ja. Wie right back. Paul, hast du hier ratterlos schwer gemacht jetzt schon? Ja, ratterlos schwer mit Tod, ja. Also in Final Fantasy. Ja, 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 ja. Gut, ja. Aber danach sind halt die Leute, mit denen ich's gemacht hab, verschwunden. Jetzt mal... Wirklich verschwunden. Was ist denn los bei euch, Mia? Erzähl mal. Puh. Warum macht denn dann jemand mehr was? Weil Chris irgendwie komplett weg ist. Ja, der komische Schwule ist auch aus seiner Gilde. Der komische Schwule. Ich hab den nicht auf FL. Nuro, Nuro ist, ja. Wow, nur weil du nicht auf FL hast. Äh, ich glaub, da hat... Die haben gestritten, so irgendwie... Und der ist dann einfach raus. Weil er keine Lust mehr drauf hatte. Dann haben wir gleich gefragt, ob er nicht zu uns will. Hat er aber abgelehnt. Selber Schritt. Ja, Yuki ist ja jetzt raus. Stimmt, was ist eigentlich da? Ist ja nicht mehr mit euch am Zocken die ganze Zeit. Ach, Yuki zockt die ganze Zeit immer andere komischen Sachen. Ja, ich hab gedacht, der war bei euch immer auf dem Discord und so. Das war ziemlich gewundert. Ach, auf den Discord sind wir selber fast gar nicht mehr. Das einzige, was auf den Discord noch passiert ist, D&D. Und dass ich halt noch Waitlesen kann, weil ich Admin bin auf dem Discord. Deswegen weiß ich, dass die nichts machen. Sorry, Mia. Ja, sagen wir so, das hat jetzt vor zwei Wochen angefangen, dass plötzlich niemand mehr... Ja, ich hab das mitbekommen, dass ihr was machen wolltet. Ihr wolltet das ausformen und dann hat sich nie jemand mehr gemeldet. Äh, ausgefarmt haben wir. Ach so. Aber ihr wolltet nochmal rein. Ja, dann hat's geheißen, wir machen Ultima. Zumindest testen wir an. Ja. Aber... kam nie zustande. Also ich glaube, man kann Besseres mit seiner Zeit anfangen als Ultima. Ja gut, Ultima könnte man sogar noch... Also das ist ja ein bisschen einfacher als... Oder sagen ja viele, dass es einfacher ist als... Coil, aber ja. Braucht trotzdem genug Zeit. Vor allem, wenn man halt nur dreimal die Woche oder zweimal die Woche das macht. Ja, du musst bedenken, das ist eine Gruppe, die hat jetzt, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen irgendwann erst Kev kaputt gehabt, ne? Ja gut, ja, das ist dann... Und dann noch Ultima zu gehen, so... Ne, ich hab's nur mitbekommen. Ich hab einmal mit Chris geschrieben, da hat er mich gefragt wegen seinem Haus, weil plötzlich bei ihm der Countdown lief. Und er nicht on konnte. Und das war das letzte Mal, dass ich überhaupt mit Chris auch noch gesprochen hab. Hat er wieder Internetprobleme vielleicht? Ne. Der wäre heute ja so... Der hat sich ja jetzt irgendwas gesucht, dass der nie da ist, weil er wäre ja heute on gewesen, weil er gefragt hat, ob die D&D spielen. Das könnt ihr ihr nicht lesen, also Mia kann das nicht lesen, das kann nur ich lesen. Mhm. Die D&D Channel, deswegen weiß ich, dass er heute eigentlich da wäre. Das ist das Einzige, wo die überhaupt noch on sind. Also da kommt mal Tellriss on oder Jerome on und sonst sind die auch nie da. Coke ist ja auch nicht mehr da, obwohl der erst wieder kurz durch angefangen hat mit FF. Er ist ja nicht mal 70. Ja gut, okay, das ist krass, weil sonst wollte ich sagen, weil du hast halt ja nichts mehr wirklich zu tun in FF. Ja gut, aber wenn du nicht 70 bist, hast du noch ziemlich viel zu tun. Ja, ja, eben. Ja, aber wenn man jetzt mal böse sind, Chris hat auch nicht viel zu tun, was Zocken angeht, weil er besitzt keinen PC. Keinen guten. Ja. Das heißt, die meisten neuen Spiele sind PS4 und ich glaube, da ist derzeit auch ein bisschen Flaute drin. Ja. Man kann doch alle ältere Spiele spielen. Ja gut, God of War 3, äh 4, äh ne God of War 1, ja was auch immer, auf jeden Fall das neue God of War. Ich finde auch Shadow of the Colossus ziemlich gut. Ja, da kam jetzt auch ein Remake, stimmt, das ist auch geil. Ja, der kennt ihr Chris nicht, der spielt Dark Souls in Monster Hunter und das war's. So ein paar Shooter. Vielleicht spielt er Destiny, kann ja sein, also wie der Destiny angefangen hat. Also der Shooter an der Konsole spielt das selber schon, ne? Hat sie nicht gesagt. Ich hab die Person nur an der Konsole gespielt. Du hast nur eine Konsole, Mia. Nein, ich habe ja auch keinen PC. Was? Warum spielst du da nicht Final Fantasy auf dem? Weil ich ein, äh, Konsolenkind bin. Ich hab, äh... Aber wegen Leuten wie, wie, wie dir, verzichten wir in 5.0 wieder auf, äh, mehr Skills. Echt? Ja, die können mit der PS4 langsam keine Skills mehr, deswegen werden dann bei 5.0 wieder Skills rausgenommen, die die als unnötig betrachten, damit sie neue Skills einführen können. Man hat keine unnötigen Skills mehr. Oder ihr, oder man entwickelt Skills, was weiß ich, dass du dann als Samurai hat auch verstärkte Varianten von deinen Skills hast. Ja, oder Kombi-Skills. Ja. Aber durch, das kommt alles durch PS4 zusammen. Wäre die PS4 nicht, also die Controller-Unterstützung nicht für PS4, dann gibt's das nicht. Ja gut, zu viele Skills ist eh auch nicht gut, also selbst für PC hast du dann irgendwann Probleme, weil, ja. Aber in WoW gibt es so viel mehr Skills und das geht auch, also. Was, seit wann? In WoW hatte man doch immer so die ganzen Leisten voll. Legion, Legion hat, seit Legion gibt's bei WoW kaum noch Skills. Keine Ahnung, ich hab das nur einmal kurz erzählt. Früher ja, früher ja. Und da war das alles voll. Jaja. Die Streamer, die ich jetzt gesehen hab, die hatten so vier Leisten in WoW. Ja gut, aber das sind, du musst da aufpassen, das sind auch Mounts, Barfoot. Jaja, die haben da auch Mounts drin. Aber das kann halt alles ein PS4-Spieler nicht. Jaja, klar. Ich glaub, so wie es jetzt ist, bist du schon ziemlich am Limit ohne Makros bei der PS4, oder mir? Nö, eigentlich nicht. Kannst du im Kreuz-Kommando-Menü so viele Skills durchschalten? Ja. Also ich hab vier Seiten generell und drei geteilt. Und ich brauch eigentlich nur zwei, zweieinhalb für eine Klasse. Aber die können halt auch keine Skills streichen. Ich benutze halt mit meinem Astro alle Skills. Die können auch keine wegnehmen. Jaja. Ja, vielleicht, vielleicht... Ich meine immer noch den Sternhage hinterher. Jaja. Vielleicht machen sie einfach Combo-Skills. Das hab ich ja eh schon vermutet gehabt, dass sie das jetzt bei Stormblood machen. Hab ich eh gewundert, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, ein paar haben sie ja. Borda hat ja zum Beispiel zwei seiner Skills sind komplett nur... ...auf alten aufbauend. Naja gut, stimmt, ja. Eigentlich ist das bei jeder Klasse was dabei, was auf einen alten Skill aufbaut, was nur aufwertig ist. Nein, bei Samurai nicht. Echt? Samurai keins? Bei Samurai hast du aber zum Beispiel drei komplette Skills, die nur darauf basieren wie viele Öffnungen du hast. Ja, Paul. Ich wollte eher damit... Samurai kam erst mit Stormblood raus. Ja, eben. Ja. Ja, ich weiss, was du meinst, ja. Ja, sie haben schon einige Skills kombiniert oder halt so gemacht, ja. Oder halt komplett rausgelassen oder so umgeändert, dass ein Skill jetzt quasi halt dann das andere ersetzt. Beim Dunkelräter haben sie ja auch so ein paar Sachen gemacht. Aber ich meine, ich find's eigentlich so wie es jetzt ist ganz okay. Also viel mehr Skills würde ich jetzt auch nicht mehr reinnehmen. Aber ja, was machst du denn bei einem Addon, ja. Du musst ja irgendwas neues kommen. Er war eigentlich auf der Gamescom, ja, hat er das vor uns gesagt? Also Kima ist auf jeden Fall da gewesen, das weiss ich. Sim war das, glaub ich, vor uns, die da gesagt hat. Sim, ja, Sim war auch da, ja, ja, ja. Muss ich die mal fragen. Der FF-Stand war dieses Jahr angeblich richtiger Krebs. Die haben nur 48 T-Shirts insgesamt mitgehabt. Was? Oha. Davon sind bloß 24 rausgegangen. Hä? Oha. Du konntest dich nur anmelden, wenn du vorher schon, also dich vorher mit Leuten so als Achtmann-Gruppe da anmeldest. Weil die hatten zwei Extraschlangen. Die hatten eine mit so billigen Preisen, wo du die Roulette gedreht hast. Ja. Mit Normal Mode prima ist. Und da hast du bloß Handtücher und Schweißbänder bekommen. Hey, Leblikers. Und die T-Shirts waren hinter ByakuX und TsukuyomiX gelockt. Und da waren immer irgendwelche Leute dabei, die das gevibt haben. Okay. Ist auch nicht schlecht. Ist schon schwer, ByakuX. Und dann war wohl das Problem, dass da Leute vier, fünf Stunden angestanden haben. Dann kam jemand, der sich bei Square Enix ein Fastlane Ticket gekauft hat. Und das mit seiner ganzen Gruppe einfach vorbeigegangen. Und das vier, fünf Mal hintereinander, sodass der immer wieder dran war und die anderen immer noch in der Reihe standen. Ja, super. Ich habe gerade eine Freundschaftsanfrage von BlueBella bekommen. Ja. Wie ist das? Bellas Twink? Keine Ahnung. Frag mal, warum sie dich als Freund möchte. Oder ist jemand, der am Steam zuguckt, eins von beiden? Direkt wie BlueBella. Ist ein Pokémon. Vielleicht schreibt sie dir gleich Handweg ein RP. Ich habe dein Charakter im Stream gesehen. Mag, mag, willst du RP machen? Und Keyface. Und ich muss fragen, ob das mit den Fortnite-Stand jetzt stimmt oder nicht. Einige, die da waren, sagen es stimmt. Presse sagt es stimmt nicht. Wir wissen noch, da erinnern. Da hat dann gebe ich eine Tüte gekackt. Egal, ob es stimmt oder nicht. Sowas geht echt gar nicht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen witzig ist es. Das muss man ja mal lassen. Also hat er doch eingekackt, weil er... Also angeblich stand er zu lange in der Schlange und er wollte seinen Platz nicht verlieren. Hat in die Tüte gekackt. Hat die Tüte dann halt liegen gelassen. Da sind die Leute reingetreten. Haben das in der Halle verteilt. Und dann hat das halt so sehr gestunken, das muss ich eigentlich... Bei der Werner? Ja, dass sich ein Kind dann da übergeben hat. Ärgerlich. Die Presse meint, das ist gelogen. Fortnite selber sagt auch, es ist gelogen. Aber einige Streamer, die selbst dort waren, meinen, das ist echt. Naja, aber unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Oder ob es so wahr oder nicht, das geht echt gar nicht. Egal, was man vom Spiel hält und egal, was man da hält, das ist... Nee, nee. Na gut, er ist ja ein Hardcore-Typ, ne? Der gehört dich aus der Schlange raus, der möchte halt anstehen. Man muss halt sagen, es spiegelt aber, wenn es stimmt, auch ein Problem der Gamescom wieder, nämlich die Worte Schlangen. Jaja, das auf jeden Fall. Also dieses Jahr muss es wohl noch schlimmer gewesen sein als letztes Jahr. Letztes Jahr war wohl weniger los als dieses Jahr, da waren noch mehr Leute da. Wir würden niemals für ein Spiel sieben Stunden lang stehen, was nächste Woche erscheint. Also Franzi und ich haben es so gemacht, wir wollen bei den billigen Ständen, also so kleine Firmen, die hatten teilweise auch dieselben Spiele. Also meinetwegen, wenn jemand Rocket League spielen wollte, musstest du beim richtigen Stand von dem Entwicklerstunden anstehen. Aber TeamSpeak zum Beispiel hatte halt Rocket League da und da hast du halt statt ein Rocket League Gutschein was von TeamSpeak bekommen. Aber du konntest halt das Spiel spielen, ohne anzustehen. Das war 10 Minuten oder so, was wir da gewartet haben. Okay. Aber wenn du halt irgendwelche Preise von den großen Anbietern willst, musst du halt hingehen, also irgendwelche Ingame-Items. Bei Final Fantasy gab es auch was. Ich weiß gar nicht, angeblich glaube ich... Der T-Shirt, 48. Ne, ne, 30.000 MGP und Teleport-Tickets, wenn du ein Magazin mitgenommen hast. Ah, die Teleport-Tickets, geil. Musst mal googeln, vielleicht haben wir einige, den kannst du nur einlösen, wenn du einen europäischen hast. Oh man. Wenn du Glück hast, verkaufen gerade einige Amerikaner den Code. Ich kann die Games, ich meine, gut, wenn die Leute da hingehen wollen, ist ja schön und gut, aber bei mir ist das viel zu... Ich weiß nicht. Du kannst eigentlich 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden anstehen, für 15 Minuten zocken. Und dann kriegst du vielleicht noch irgendwie so eine Tasche und ein Poster vielleicht mit nach Hause, wenn du Glück hast. Oder vielleicht noch ein T-Shirt. Am erste Dienstag hin, zum Fachbesuchertag. Ja. Die Tickets kriegst du relativ leicht. Die Fachbesuchertickets kosten 250 Euro. Ne, ich habe gelesen, dass da irgendwie anscheinend jetzt auch nicht so wirklich kontrolliert wird. Wer die kriegt? Ja, du schreibst einfach, äh, du suchst deine... Ich habe mal gelesen, dass einfach wirklich einfach nur so eine, äh, so eine Visitenkarte in etwa ausreicht könnte. Ausreicht. Vielleicht auch in der YouTuber bist. Du, 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 da reicht viel, so ein Stream-Account. Ich kann sagen, ja, ich bin ich Streamer und dann kriegst du schon das Ticket, obwohl ich nur, vielleicht keine Ahnung, so im Schnitt, äh, 5, 6, 10 Zuschauer habe. Kann ich, kann ich dieses Bluebella in die Gilde einladen? Was ist das? Es ist, es ist neu auf Shiva und es ist ein Lala, hat das geschrieben. Nein! Keine Lalas. Was ist denn das denn mein? Ja, aber... Lade ein! Ja, aber wie, wie, okay. Es mag Animes, ich habe die wichtige Frage gestellt. Ja, ja, ne, mich munter es halt einfach gerade so, ich meine, stand irgendjemand bei uns in der Nähe oder sowas? Keine Lade, du gesagt, ich habe gefragt, kein für uns ist er, nein, aber dein Scha ist hübsch. Okay. Ach, das könnte der, äh, am Stream war jemand, der hieß, äh, freshpizza98, das heißt, oder so heißt, auf Twitch. Oh, er probiert es bis zum, äh, okay. Na, weil der die ganze Zeit zugeguckt hat und geschrieben hat, was ist das jetzt für ein... Wollen wir, wollen wir jetzt die Preise verteilen, ich möchte nicht mehr auf sie warten. Okay, dann machen wir das offiziell. List kündigt immer an, wer auf die Bühne kommen soll und ich überreiche ihn die Preise. Okay. Setzt euch alle hin, außer Sim. Hey, 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 das ist mein Platz. Machen wir alle Preise einzeln? Ja, mach erst die Hauptpreise, da ist ja bloß noch ein einziger da, der einen bekommt. Okay, also, zu unserer aller Überreichung, ähm, hä, sind zwei Leute da? Ja. Na, sie müssen auf gar. Klicke, kein Hauptpreis. Achso, wer ist denn noch da? Hä, warum guckt... Mir und Mia. Achso, stimmt, Mia ist ja noch da, yeah. Ich habe einen Bug, mein Charakter guckt die Deko an, aber ich habe nichts analysiert. Hallo? Okay, dann bitten wir als erstes Mia auf die Bühne. Das Spiel ist kaputt. Ja, ich glaube auch. Für ihr wundervolles Popstar-Outfit und ihr super tolles Elementor-Outfit, kriegt sie folgende Hauptpreise. Was muss Paul jetzt haben? Äh, ich muss hochscrollen. Paul, nix, stop working. Moment! Du kriegst gleich einen Preis. Da schwebt ein Kugelfisch rum. Okay, ein Tafnir Herbstkleid ungefärbt, gecraftet von mir. Und eine Ninki-Nanka-Puppe. Nehm ich. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Gut, jetzt bin ich wieder drin, jetzt muss ich nicht mehr so lange suchen. Gut, dann bitten wir als nächstes Mio auf die Bühne, die mit ihrem wundervollen Nutten-Outfit überzeugt hat. Aber auch ein super tolles Elementor-Outfit hatte. Das ist halt schon. Ach was. What the fuck? Ich bin doch ein bisschen durcheinander. Oh Mio, das tut mir jetzt aber leid, dass du auf die Bühne musstest. Nein, nein, das ist schon richtig. Ne, ne, ich mein wegen dem Platz. Schatz, kannst du mir das nochmal schn... Ne, ist okay. Okay, Mio gewinnt ein Frühlingskleid gefärbt in Metallic-Grün. Eigentlich sollte das ein bisschen abschreckend sein, aber das sieht relativ gut aus sogar. Wow. Schön. Wow. Hau hat sich Mühe gegeben, die Sachen besonders schön zu färben. Ja. Das Frühlingskleid ist ein... Aber... Ich hab gesagt, ich hab's schon, ja. Oh, das Frühlingskleid. Das hatte ich ja mal gesagt. Oh, hab ich das falsch rum gemacht? Nein, mehr Leute tauschen. Dann tauscht du einfach das mit dem von Nix, oder? Ja, stimmt. Nix hat das Frühlingskleid glaub ich nicht, oder? Aber es könnte sein, dass sie das schon hat. Hast du... Hast du das schon? Jetzt hab ich's nicht. Okay, der ist auch richtig schön gefärbt. Giftgrün? Ne. Sie hat jetzt einen langen Rock bekommen in Metallic-Gelb. Äh, Gold. Gelb? Dankeschön. Schön knallige Farben, herrlich. Und ein Pad, oder nicht? Ne, das kommt ihr ja noch erst. Nein, sie kriegt zwei Hauptpreise. Sicher? Paul, was ist da los? Ja, du hast das vorhin selber geschrieben. Meo, du musst leider nochmal auf die Bühne kommen. Leider, hm. Nochmal Preise, so. Also ich bin ja dafür, dass die Leute das Zeug anziehen, was sie kriegen, kurz. Dann die Kaulquappe hier. Ach stimmt, ja, du hast recht, du hast recht. Dankeschön. Ja, ja. Die ist super niedlich. Oh, die Kaulquappe. Die ist sogar selbst gefangen. Meins? Direkt schon benutzt, sehr gut. Falls. Ja, das ist gut, das ist gut. Oh, okay. Jetzt kannst du zu den weiteren Preisen kommen. Gut, jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie von den Preisen. Ach, lieblich Karsis Blubelle. Ah. Ja, nächstes Jahr nicht da. Dann, äh, als erstes wieder Mia. Ja, du musst noch sagen, für welches Outfit die Trostpreis. Ach, so. Mia bekommt, äh, für ihr, äh, Alice Outfit. Einen Kaulquappe. Süß. Danke. Ist echt süß. Hab ich doch mitmachen sollen. Ja, wir haben uns extra angestrengt, ich hab extra die ganze alte Scheiße raus gegoogelt, wo man sowas kriegt. Wir haben extra diese, äh, Innis gemacht, wo man Pets kriegt und sowas alles, ne? Die Ninkinanka Pogo war sogar sehr erfolgreich, ist beim ersten Mann getroppt. Oh, na. Das hätte ich jetzt zwar nicht gesagt, aber... Wenn man's halt nicht für sich selber macht, dann geht sowas immer gut. Ja, ich erinnere an einen scheiß Schmetterling da. Wie hieß der nochmal? Morpho. Morpho, den haben wir ja... War das für Mia? Genau, das war ja für Mia gefarmt. Oder? Ne, für wen war das? Scheiße. Ah. Der nächste Preis wär jetzt für Sim, aber es ist ja leider grad nicht da. Wo ist einer nicht da? Ja. Deswegen, ähm... Hat irgendwie ein bisschen blöd, wenn nur zwei Leute da sind, ne? Ja, muss Mio nochmal auf. Ja, das ist egal. Mio jetzt nochmal auf. Hey! 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 Achso, du musst das Outfit noch sagen. Ähm, Mia kriegt das für ihr Alice Outfit. Einen Morpho. Einen Morpho. Den hast du noch nicht. Ich hab geguckt. Du? Oh, wer denn gerade? Stalker! Wie bitte? Dankeschön. Ja, Stalker. Ich weiß, ich kann das sehr gut. Ja, kann ja wirklich. Also, der Niki Nanka ist schon hässlich. Ich verstehe nicht, wie so Leute für den eine Million Geld ausgeben. Einfach nur weil er... Real? Ich wollte ihn eigentlich fahren, damit Geld zu verdienen. Das ist ja schon was für ein Fies das. Dann kommen wir jetzt zu den Trostpreisen. Aber wir haben ja eh wieder nur Mia und Mio. Das ist doch... Das ist doch eine erfolgreiche Art. Kommt einfach mal beide auf die Bühne. Ich fang mit Mia an. Oder der, wer schneller hier ist, der kann die Meisterauswahl. RIP. Hey! Ich fang mit Mia an. Ah, wer zuerst hier ist, hat die Meisterauswahl. Okay. Such dir einen aus, was willst du davon? Äh, die Darlehenspange ist das dritte. Das sag einfach Nitte. Warte mal. Danke. So, Mio, jetzt kannst du auf die Bühne kommen. Hey! Krass hingesetzt. Schrecklich, immer diese Geschenke. Ja, echt. Such dir was aus, was möchtest du davon? Hm. Die da, ja schon. Kann nicht. Wissen die. Wir hätten mehr von denen anpflanzen sollen. Die sind alle selber gemacht, ne? Okay. Wollen wir einfach jetzt die restliche Scheiße hier an die Leute verteilen? Wir haben noch Sim und nix, ne? Wo wir eins gucken. Schick mal im Bild, was wir noch über haben. So siehst du gut aus. Lass das auf. Das sieht gut aus. Hm. Nein, ich meine von den Blumen her. Hm. Ich meine auch Blumen. Okay, was willst du? Oh, meine Schwester ist da. Hallo Pauls Schwester. Hallo. Nennst du sie dann auch immer One-chan? Oh, Quatsch. Ich meine die rosa Blumen, hm. Ja. Okay, den Rest verteile ich mal kurz aufgaben und später. Oder warte mal, du bist ja da, ne. Ja, aber wir müssen auch nix ja noch Sachen geben, ne? Ja, jetzt einfach Post schicken. Nix und Sim ihre Preise habe ich im Invental, bis dahin bin ich wieder da. Ja, also ich würde dir aufheben bisschen, zumindest. Bis gleich. Bis gleich, bis gleich, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Wie gesagt ich hätte noch eine ähh Lakshmi Puppe und da rosa und nur Shiva Puppe zu vergeben, wir noch haben möchte, wer es noch nicht hat. Bei mir ist doch jetzt noch so n no Mitrapuppehammer und Lothar. Bis keiner mehr entviamente. Ich gehe in die Lakshmi. Jaja, hier nie. Shiva hast du schonした. Da einen Kopf geworfen, such dich. Dios nicht! Also Shiva hast du schon. Hm, Kima. Den hab ich nicht, nein. Ja, dann kannst du die von mir aus auch haben, wenn ich sonst nicht mehr... Kima schreibt grad in dem allerrestlichen Treiben. Ja, da hätte er teilnehmen müssen. Ja, der ist ja als Anti-Dante-Cosplay bei Chanderbinder. Ne, warte mal. Man muss ja nicht mal das beste Kostüm haben, um hier was zu gewinnen. Man muss ja nur teilnehmen. Ah, siehste. Ich hab auch teilgenommen. Hä, warum geht das nicht? Na gut, ich hätte eh... Was mir jetzt vorhin eingefallen ist, deswegen hatte ich ja auch nach dem... Sonnenbrillen gefragt, was mir jetzt eingefallen ist. Man hätte auch... Man in Black bei Chanderbinder nehmen können. Ah ja, Man in Black, ja. Oh. Cosplay zu zweit. Und bei Man in Black dann halt eben das... Äh... Dieses... Na, wo hatte ich denn das? Die Hilibrand-Pose. Oh, der hätte... Hättest du noch hier ein Pad nehmen können, was... Was wie... Was wie ein Alien aussieht oder so. Hier, hier... Dings, wie heißt der? Der komische Tintaktyp, die da... Äh... Man, warte mal, warte mal... Ultros. Äh... Moment. Oder so. Ich glaube, ich hätte ja nichts für Genderbinder. Ah doch. Das komische Cloud, ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen durch vorstellen. Eigentlich, man könnte eigentlich... Die Kotlin-Puppe wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Jo. Oder halt dieses Aufzieh-Ultros. Genau.